Musik Cookies, Comic Cookies, lecker! Die Comic Cookies Episode 54 mit dem Breedstorm und dem Herrn Steffen Liebschner. Guten Tag. Guten Tag. Und einem Gast, der eventuell still ist, ansonsten eventuell sich immer mal zwischendrin meldet. Und rausgeschmissen wird, wenn er laut wird, ja. Ja, einer der fränkischen Kobolde ist hier. Sag mal laut, hallo. Macht sich jetzt natürlich nicht. Na gut. Ja, was wollen wir denn erzählen? Wo haben wir uns denn heute getroffen? Wollen wir damit mal anfangen? Ja, wir waren natürlich wieder mal im schönen Kuschelmuschel und im Kuschelmuschel Reloaded heute in Hasselroth und haben unseren Sammelleidenschaften gefrönt. Du mehr als ich. Ja, geringfügig. Das Problem ist, ich war etwas länger da und je länger ich da bin, umso teurer wird es dann halt auch. Also wir hatten es ja schon gesagt, Kuschelmuschel ist so ein Laden, wo alles, was älter ist als zehn Jahre, Spielzeug, Videospiele, Figuren etc., Comics. Ja, der Papa hat Spielzeug gesagt. Ja, wo es das zu kaufen gibt. Und da wird natürlich die ein oder andere Erinnerung wach. Und ja, wir haben ein bisschen unterschiedlich eingekauft. Ihr könnt mal raten, was der Steffen gekauft hat. Ja, es gibt ein Foto bei Twitter. Also das werden wir dann wahrscheinlich auch wieder in der Episode verlinken. Ja. Genau, da könnt ihr dann mal raten, was der Steffen gekauft hat und was ist der Priester. Also es mag viele erschrecken und für euch überraschend sein, aber der Steffen hat wieder... Ja, er hat einen Goofy gefunden. Ja. Wo ist er denn, der Goofy? Ja, wo ist er denn? Ja, man muss immer ein bisschen zoomen, aber dann findet man einen. Ja, der Steffen als großer Goofy-Fan hat sich hier Goofy... Ja, genau. Das kann man mal irgendwie versuchen zu artikulieren. Also es gibt von der Reihe... Es gibt ja diese Spielereihe Kingdom Hearts, die ein bisschen Manga-Einflüsse oder Anime-Einflüsse mit Disney-Figuren mischt. Und ich habe die Spiele nie gespielt, aber ich wusste, da gibt es halt schon ewig und drei Tage Figuren zu. Und ja, es gab mal einen Figuren, der sitzt so ein bisschen auf einem Turm, aber das war immer sehr anfällig wohl. Also immer, wenn ich das gesehen habe, irgendwo war der Kopf schon ab. Und deswegen war es dann fünf Euro günstiger oder so. Und das habe ich dann nie mitgenommen. Und jetzt gibt es aber hier noch ein anderes Set und da ist Goofy halt richtig als Figur, so als stehende Figur da drin. Das ist, ähm... Ja, Series 1 von Kingdom Hearts, von Mirage oder wie auch immer. Also, ja, ist basierend auf einem Spiele-Hit natürlich. Und, äh, ja, gibt in der ersten Reihe gab es halt noch, neben Goofy gibt es halt noch Jack Skellington, Malefiz, dann Donald, ähm, Captain Hook und Pluto. Und die kommen halt jeweils gepaart mit irgendwie Figuren aus dem Spiel. Gut, die Paarung bräuchte ich jetzt nicht zwingend, aber ist halt dabei. Naja, gut, habe ich halt einmal 20 Euro für so eine Goofy-Figur gelöhnt. Ja, aber... Kann man mal tun. Wie viele Goofy-Figuren hast du jetzt? Insgesamt? Mhm. Ich habe sie noch nicht gezählt. Circa? Was würdest du sagen? Och, das sind sie bestimmt schon an die 100 Stück. Oh. Also, insgesamt. Müsst du halt wirklich mal durchzählen. Ja. Okay. Gut. Und weitere Figuren gibt es hier natürlich noch. Ja, ach so, machen wir mal die Figuren-Blog. Ja, der Figuren-Fan in mir hat dann noch eine Figur gefunden von den Dinos. Also von der Jim Henson-Serie. Es war mir da immer noch gefehlt, der Baby-Ridge-Field. Den habe ich dann heute gefunden. Für 5 Euro habe ich gedacht, da macht man nicht viel verkehrt. Dann hat man die Reihe auch mal komplett, bis ich dann rausgefunden habe. Die ist gar nicht komplett, weil da gibt es ja nochmal irgendwie sitzende Varianten von. Also zumindest von Charlene und auch von Baby-Ridge-Field. Und, ähm, ja. Aber die stehende Variante hier hat mir jetzt irgendwie besser gefallen. Und die habe ich dann auch mitgenommen. Und da kommt das nächste Spiel zurück. Meine Tochter holt hier gerade, äh... Einen Dinosaurier. Einen Dinosaurier als stehenden Triceratsops. Der aber nicht zu den Dinos gehört. Ja. Aber so ein ähnlich ist, ne? Ist wahrscheinlich der Vater von dem. Ist der Dick... Der ist dicker, ne? Ja. Meine. Naja. Passt halt mehr zu mir, ne? Sehr gut, ja. Ja. Und die dritte Figur im Bunde, muss ja ein Mario sein. Auch eine Mario-Action-Figur. Ähm, hat mich irgendwie angelächelt. Und für, was habe ich jetzt gelöhnt? 12,50. Dachte ich dann, ach ja, mal so eine Mario-Figur für einen Schreibtisch so oder so. Das kann, kann nichts schaden. Wobei es jetzt nicht hätte die Action-Figur sein müssen. Die hat mich jetzt nur am ehesten angesprochen. Ja. Es gibt da auch noch andere, ähm, Figuren. Also In-Action-Figuren, Designer-Figuren und irgendwas. Und, äh, ja. Ja. Aber er hat ein, immerhin ein, ähm, Mystery Accessory included. Was auch immer das heißt. Also es ist so eine typische Fragenbox. Ja. Fragezeichenbox aus dem Spiel. Mal gucken, was da noch drin ist. Keine Ahnung. Ja. Irgendein Download-Content ist das dann wahrscheinlich, ne? Ah, okay. Schätze ich mal, dass das irgendwas... Das kann gut sein, ne? Weil du kannst die Figuren ja dann in dem Spiel manifestieren und dann... Ah, das sehe ich gerade. Da gibt es auch noch einen Mario. Den brauchst du dann natürlich irgendwann auch noch. Ja, weil... Ja, wenn ich mal bei Ebay gucke. World of Nintendo. Mhm. So eine Action-Figuren-Reihe von, äh, Yax Pacific. Steht jetzt noch dabei. Ja, gut. Das ist natürlich ein Franchise. Das wird es sehr, sehr gerne, äh, vergeben. Und, äh, ja, gibt es ja auch massig an Sachen zu Super Mario. Was mich natürlich immer noch reizt sind, diese Mipo-Figuren, die man auch irgendwie in Spielen einsetzen kann. Mhm. Das wäre bei mir dann sehr wahrscheinlich aber eher der Fall im Moment, dass ich die mir einfach nur hinstellen würde. Deswegen bin ich da im Moment noch nicht so hinterher. Mhm. Habe erst mal mit Infinity gesammelt, um dann auch zu erfahren, dass Infinity jetzt eingestellt wird von Disney. Ähm, nach der dritten, äh, Auflage und, naja, schade eigentlich, aber gut. Ist wahrscheinlich schwierig, da auch immer was Neues zu finden, was du da bringen kannst. Es gibt noch genug. Und wenn du anfängst und Klassiker bringst, das haben sie ja sogar schon zum Teil, äh, gemacht. Also sie haben jetzt eine Baloo-Figur noch mit rausgebracht, die ohne weiteren Zusatz kommt, sondern einfach nur in der Toybox gespielt werden kann. Ähm, also selbst wenn man sich an den ganzen Klassikern bedient, würde man, äh, weitere Inhalte haben. Und es kommen ja ständig neue Sachen raus. Also es ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwie, dass das am Versiegen ist. Bei Disney kommt ja immer was. Und wenn es eine Neuauflage von einem alten Film ist, äh, also alten Zeichentrickfilmen, die machen ja jetzt gerade viele Realfilm-Varianten davon. Naja, gut, betrifft knapp. Du hast, äh, aber da sind wir gleich beim Thema, Spiele. Ja. Ja, wir wollen uns natürlich nicht, äh, ohne weiteres in Gaming-Podcasts verwandeln. Aber wir können euch natürlich, soll ich das anbieten, willst du das anbieten? Wir können euch natürlich mal eine Gaming-Episode anbieten, wenn ihr da Interesse habt. Natürlich auch gerne mit Games, äh, in Bezug auf Comics vielleicht. Wäre auch eine Möglichkeit, ja. Dass wir das einfach ein bisschen Mesh-Up dazu ein bisschen haben wir das ja das erste Mal schon probiert, die Christina und ich. Ja. Äh, aber wie gesagt, das ist ja nur an der Oberfläche gekratzt. Und von daher, das kann man gerne mal tun. Durchaus, ja. Durchaus. Also Spiele, die auf Comics basieren oder auch Spiele, die, äh, Comic-Adaptionen bekommen haben. Das kann man alles mal irgendwie, äh, verarbeiten in so einem Podcast. Ja. Schreibt uns doch einfach mal dazu, wie ihr das seht. Würde ich euch gerne eine Folge wünschen, mitspielen. Quer durch alle, ähm, Plattformen. Ja, aber, ja. Ich würde mich dann einfach so gut es geht beteiligen. Ja, ich habe mich, äh, auch heute quer durch alle Plattformen gekauft, weil er hat da wirklich auch wirklich alles stehen. Wirklich vom Atari, äh, 2600, äh, auch schon aus den 70ern die Konsolen bis zu den, bis zu den aktuellen Konsolen hat er wirklich alles durch. Ja, hab ich auch, ja, viel Sega, ähm, im Kuschelmuschelreben loaded, hab ich, äh, ein Dreamcast gesehen und also Megadrives, äh, Master-Systeme und alles mögliche. Aber so weit bin ich jetzt auch noch nicht zurück vorgedrungen. Ich hab jetzt erstmal die Konsolen bedient, die ich hab. Ähm, hab mir erstmal das Dschungelbuch geholt für das NES. Das wird hier jemanden freuen, wenn der das zocken kann. Hab, ähm, hab, äh, dazu noch passenden Controller geholt, weil ich hatte mir ein Retron geholt, um die NES-Spiele zocken zu können. Und, ja, da sind Controller dabei, die funktionieren auch, aber der Original-Controller ist natürlich eine andere Qualität und der war auch für schmales Geld war der zu haben, also. Ich muss dir auch erstmal nachfragen, Retron, was ist denn das? Erklärst du mal ganz kurz für diejenigen, die da in der Mitte jetzt so gar nichts anzufangen wissen? Ja, Retron ist im Prinzip ein, äh, eine Konsole, wo du alte Systeme drauf spielen kannst, also von der Firma Hyperkin. Und da gibt's Retron 1 bis 5, der, der erste, der hatte nur, den ich jetzt gekauft hab, der hatte nur die Möglichkeiten, NES zu spielen. Es gibt ja viele, ähm, Hersteller, die das NES-Klonen, sogenannte Farmy-Klones, ähm, die, weil die Lizenzen da ausgelaufen sind und jeder kann im Prinzip heute ein NES nachbauen und das, äh, äh, auch verkaufen legal, das ist überhaupt kein Problem. Und auf dem letzten, auf dem Retron 5, da kannst du, glaub ich, zehn Systeme spielen, Game Boy und, und, äh, ich glaub, Mega Drive ist noch drauf und Super Nintendo und also wirklich tausenderlei Genesis. Das ist, also es ist alles, äh, wirklich, äh, wobei die Neueren wohl so sind, dass die das Spiel erkennen und das Spiel dann emulieren. Ähm, aber wie gesagt, ich wollt's halt primär für, für das NES und auch, um's mal zu testen, weil du brauchst dann auch solche Sachen wie einen Spannungswandler. Ähm, ähm, und, äh, ja, es funktioniert. Ähm, ich hab, äh, neulich mal ein Bild vom Wrestling-Game getwittert, was ich mir als erstes geholt hatte. Super Mario hab ich mir natürlich noch geholt und, ähm, dann, äh, hab ich heute das Dschungelbuch geholt, das hab ich eben auch schon mal kurz angezockt, zu Demonstrationszwecken, das funktioniert. Und, ja, bin soweit recht zufrieden damit. Ähm, natürlich, klar, äh, man kann sich auch die Originalkonsole kaufen, aber bei den aktuellen Preisen bin ich mit dem Retron da sehr gut bedient. Klar, äh, es ist keine Frage, man kann sich das natürlich auch per Emulatoren auf irgendwelche Geräte draufziehen, aber da hab ich keinen Bock zu, wenn will ich da wirklich was direkt in der Hand haben und eine Konsole stehen haben. Ähm, für mich muss es, äh, preistechnisch nicht unbedingt das Original sein. Und, ja, mal gucken, wie sich das Ganze sammelmäßig noch entwickelt. Also, es ist die kleinste Baustelle. Mhm. Dann hab ich noch zwei PS1-Spiele, äh, geholt. Das, äh, auch wieder für, für recht wenig, äh, ein Klassiker-Driver, den hab ich noch nicht in der Kollektion. Und dann war ein, äh, Prügler dabei, Galaxy Fight, der hat mir noch gar nichts gesagt. Ähm, aber schauen wir doch mal, ähm, ja, wo Menschen und Dämonen aufeinandertreffen, stehen Himmel und Unterwelt im Krieg. Ja, also, wenn das nicht mich anspricht, sieht so, ist von Sunsoft, sieht so ein bisschen aus wie, äh, wie, als wär's, äh, so ein bisschen, äh, in Richtung der verschiedenen Streetfighter würde das gehen, halt im Weltraum. Mal schauen, wie das Ganze sich so entwickelt. Dann hab ich noch für die Original-Xbox, äh, The Warriors, äh, mir gekauft. Das ist, äh, ja, bezieht sich, ähm, auf, äh, so einen alten Straßenkrieg, ähm, wo verschiedene Gangs, äh, in New York, äh, gekämpft haben, gegeneinander und sich irgendwann verbrütet haben und umgesetzt hat das Ganze Rockstar. Und, ähm, das, äh, ja, kann ich noch nicht. Nein, nicht der, der doch nicht. Ist keine, keine noculare CD. Ähm, und, äh, ja, mal sehen, was das Spiel taugt. Mhm. Ähm, unter Ferner liefen hab ich mir dann noch für die Playstation 2 das, äh, Prison geholt. Ja. Das sah ganz nett aus. Mal gucken, das ist auch so ein bisschen 3D-Fantasy durch die Gegend laufen und, und Metzeln. Mal gucken, wie das wird. Lego Rock Band. Ich hab ja, ähm, auf der 360, äh, hab ich das Schlagzeug und, äh, da waren ein paar ganz nette Lieder drauf. Bon Jovi, ähm, Queen, Blink, 182. Ja, also das, äh, kann man alles mal mitnehmen. Ähm, ähm, Castle, die Castlevania Lords of Sorrow Collection auf der 360, Gears of War 3 auf der 360, sind alles Spiele. Oh, so weiter, Jackson 5. Ne, äh, Jackson 5. Ja. Was, Jackson 5? Okay. Das sind alles so Spiele, die ich irgendwann mal verpasst hab und, äh, ja. Oh, Ray Parker Jr., Ghostbusters, sehr gut. Ja, das sind, sind halt, was auf den normalen, äh, Sachen, die ich hab, davon nicht drauf ist und, äh, bin ich mal gespannt, wie das kommt. Baue deine Band und rocke das Universum. Ja, ja. Um es mit Deadlift zu sagen, glaub gar nicht, du bist in der Band. Na gut, okay. Was mich sehr gefreut hat, was ich gefunden hab, auf der originalen Xbox war, äh, Conquer Live and Reloaded. Das ist im Prinzip, äh, von Bad Fur Day ist das, äh, eine Version in besserer Grafik und, äh, gerade bei so der Art von Spielen, die sind momentan preislich stark am steigen, deswegen hab ich das mal mitgenommen, weil es da auch wieder für einen moderaten Preis das ganze Spielchen gab. Das ist im Prinzip so ein bisschen Xbox oder Microsofts Antwort, äh, auf, auf Mario 64 gewesen, würde ich mal sagen, halt bloß ein bisschen bösartiger mit so einem, ja, ja, mit so einem Kanickel mit, mit, ähm, M16-Gewehr und einem Stahlhelm und, äh, bin ich sehr gespannt, wie das Ganze, ja, also es wird schon, ist schon einer der, der guten Titel, äh, wie ich, wie ich gehörte auf der, auf der Xbox und, äh, da werden wir mal ein bisschen was spielen, ja. Also das, ähm, ja, generell, äh, kann man wieder sagen, äh, ja, nix von Nintendo dabei, ja, Nintendo ist halt auch sehr krass im Preis halt auch, ne, also da bin ich, äh, viele Sachen hab ich halt mittlerweile auch schon, die ich, die ich haben wollte auf verschiedenen Plattformen von, von Gamecube aufwärts und, äh, jetzt geht es mit dem NES los und da werde ich auch mal sehen, was ich da noch so einkaufe. Also, also ich hab jetzt kürzlich für, auch, äh, Pikmin geschossen für ein Gamecube und, und Mario Sunshine und solche Sachen, also die halt wirklich, aber es ist halt wirklich interessant zu sehen, wenn dann die Spiele nach 10, 15 Jahren, äh, teilweise teurer verkauft werden, als sie jemals gekostet haben, ähm, schauen wir mal, ob das dann auch berechtigt ist. Also, äh, wie gesagt, wenn ihr mal ein Special oder sowas haben wollt, zu spielen, Spiele-Sammlung, wie kann man vielleicht auch, auch günstig einsteigen, also ich sag das, ganz klar, der Tipp ist, äh, PS2, weil da die Spiele eigentlich immer noch, weil es da sehr, sehr, einfach durch die schiere Menge, die, die, die PS2 damals hatte, ähm, ähm, unheimlich viele Spiele und auch, äh, von der Qualität her gute Spiele für einen moderaten Preis anbietet, ja, also das, äh, da kann man mit relativ wenig finanziellen Einsatz eine Konsole und wirklich so 10, 15 erstklassige Spiele, die du heute auch noch sehr gut, äh, spielen kannst, weil sie einfach gut altern spielen. Und, ähm, ja, das ist auf anderen Konsolen, wenn du wirklich anfängst mit, mit, äh, Super Nintendo oder N64 oder so, da kannst du dich, je nachdem, wie, wie leidensresistent du bist, ja, wenn, 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 wenn du wirklich gut aussehende Spiele am besten noch in Originalverpackung haben willst, dann bist du relativ schnell bei Dreistelligenbeträgen und war das mir dann auch nicht wert. Okay. Aber, und ganz, ganz wichtig noch, dann hab ich noch eine, ja, hab ich in der Ecke stehen sehen, war auch schon leicht vergilbt, aber ich dachte, naja, für 2,50 nehm ich das nochmal mit, eine Gamebox, und zwar scheint das, also für mich zumindest, scheint das eine Box zu sein, wo du, die, die schwierig aufgeht, aber wo du einfach, äh, Gameboy-Spiele drin lagern kannst. Ah ja. So ein bisschen archivieren, oder es könnte, wenn ich das so richtig sehe, geht da wahrscheinlich, äh, ne, geht da wahrscheinlich, äh, der Gameboy auch rein, also der, der, die kleinere Version, das ist wahrscheinlich für die Größe. Das Größe-Etui quasi. Ja, genau, das, aber ich werd's nutzen, um, äh, Spiele dann, ich hab so ein paar Lose da rumfliegen, und, äh, das dürfte von der Höhe einigermaßen hinkommen, so viel, äh, alte Gameboy-Sachen hab ich jetzt auch nicht, das, äh, da, dafür war's eigentlich gedacht, aber ich denk, das wird wahrscheinlich für den, äh, könnte von der Größe her, für den Gameboy-Kolog, und das, weiß ich nicht, müsste ich mal ausprobieren. Könnte von der Originale sein. Ja, aber, wie gesagt, für den Preis nehm's auf jeden Fall mit, ähm, ist nicht von der Original-Nintendo, sondern von der Firma namens Yen-O, äh, oder Null-Yen, also, äh, und, äh, ja, sieht auf jeden Fall nice aus, ist mit dem Original-Schriftzug vom Gameboy, steht halt nur Gamebox, und, ja, kann man mal mitnehmen, aber, wir sind hier kein Spiele-Podcast, jedenfalls noch nicht. Das wird auch so bleiben. Wir haben... Du kannst gern eine, äh, Nebenschine aufmachen. Spin-Off. Spin-Off aufmachen, die dann... Games-Cookies. Game-Cookies heißt, oder sowas, ja. Games oder Game? Ja, gute Frage. Müsste man sich überlegen, ne? Comic-Cookies? Ja. Ja, gut. Egal. Game-Cookies. Stimmt ab, liebe Hörer. Ja. Ihr könnt in die Kommentare schreiben. Ja. Wollt ihr das überhaupt? Ja. Ist das Interesse da, und, äh... Andi, frag mal Bianca, ob sie sich sowas anhören würde. Ja. Ja, zum Beispiel. Ist ja auch spielerfiel. Oder ob sie vielleicht sogar mitmachen möchte. Ja. Das könnte man ja dann, äh, irgendwie verbinden, ne? Ja. Andi selber nicht so der Spiele-Nerd ist. Ja, gut. Gut, er hat halt nach dem C64 aufgehört. Und das ist halt, ja. Gut, gut. Äh, aber, wie du schon gesagt hast, lass uns mal zu Comics gehen. Ja. Wir haben da auch so ein bisschen was gelesen. Auch ich hab diesmal ein bisschen was gelesen. Und, äh, fast wär's noch ein Titel mehr geworden. Aber eben nur fast, wie das auch oft bei mir der Fall ist. Aber, wir haben ja ein paar Titel zusammengelesen. Du hast, einer hast du, oder, ne, eigentlich beide hast du schon angeteasert letztes Mal. Mit welchen wollen wir denn anfangen? Ich würd sagen, wir fangen mit einem an, den wir zusammengelesen haben. Dann stellt jeder mal so seine Sachen vor. Und wir hören dann mit dem letzten auf, den wir auch zusammengelesen haben. Klingt das nach einem Plan? Das klingt nach einem Plan. Gut. Also, dann fangen wir doch mal an mit I Hate Fairyland, oder? Ja. Von Scotty Young. Ja. In Personalunion. Natürlich nur fast, weil er hat zwar geschrieben und gezeichnet. Aber die Farben kommen von, müsstest du nochmal hinten drauf gucken? Hinten rein, zumindest. Da steht's drin. Gibt's so eine kleine... Nate Peacocks, oder den Jean-Francois Beaulieu. Ja. Kanadier, ne? Ähm, genau. Kanackel. Kanadier. Wie sind wir denn drauf hier? Sagt Wolverine immer Kanackel. So Kanadier. Nicht Kanake, Kanackel. Ach so. N-U-C-K-L-E, Kanackel. Irgendwie ein Verständigungsproblem. Naja, gut. Wollte grad sagen hier, so Schöne gibt's doch eigentlich hier gar nicht. Ich wollt's grad... Also... Schön, dass du mir das zutraust. Nein, würde ich nie... Oh, jetzt... Das ist ein bisschen wie ein altes Ehepaar jetzt. Ja. So, äh... Lass uns doch mal zu dem Comic kommen. Ja, erzähl mal so ein bisschen. Wie fandest du den Comic? Ich fand den sehr bunt. Ja. Worum geht's denn erstmal, Steffen? Also es geht um ein Mädchen. Das wird in die Welt, äh, in diese Märchenwelt gezogen. Also Fairyland, ne? Mhm. Und, ähm... Prinzip ist es dann immer, äh, Abenteuer zu bestehen, die dazu führen, dass man einen gewissen Schlüssel bekommt, der einen wieder in das, äh, in die reale Welt zurücklässt. Ich stell die Sicht aber da irgendwie, und da müsst ihr mir jetzt mal kurz dann helfen, äh, ähm, ungeschickt an oder was, ne? Ja, jedenfalls findet sie den Schlüssel als nicht und befindet sich dann wie viele Jahre lang da drin? Um die 20, 23, irgendwie so. Ja, auf jeden Fall, äh, genau. Ja, also es sind über 20 Jahre, die sie sich dann da... Fast 30 Jahre. Fast 30 Jahre, die sie sich dann da in dieser Welt befindet. Sie hat auch ganz am Anfang so ein Maskottchen mit zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist natürlich immer so eine, so eine Anspielung auf Disney. Da hat man das ja sehr häufig, dass dann, äh, irgendwie ein Sidekick dabei ist. Äh, bestes, vergleichbares, äh, Beispiel wäre wahrscheinlich, äh, äh, Jiminy-Grille von, ähm, Pinocchio, ne? Ja. So, so eine Art Sidekick bekommen sie da auch, dann auch, aber der ist hier, äh, ein bisschen abgewrackter, also das ist irgendwie auch so eine Grille oder was. Und der raucht und, äh, ja, das alles nicht ganz so bierernst mit dem guten Gewissen. Und, äh, ja, jedenfalls, ähm, sie hat es ja eigentlich nur gesagt. Ja, sie will eigentlich da raus und, äh, versucht nun alle möglichen Tricks, äh, einzusetzen und, äh, unter Einflussnahme von roher Gewalt, äh, ähm, schlägt sie sich dann halt im wahrsten Sinne des Wortes quer durchs, äh, Fairyland, ja? Und, äh, ja, macht so den ein oder anderen, äh, blatt, wo man das vielleicht nicht direkt so erwartet hätte, also gleich im ersten Kapitel wird auch von, also der, der Königin, die heißt, Königin, ne? Wie heißt sie gleich, äh, irgendwas mit, mit, mit Watte oder irgendwas? Weil sie, weil sie so Wattehaare haben. Egal. Egal. Also es gibt natürlich auch eine Märchenkönigin, die so ein bisschen auch die Spielregeln festlegt und, äh, sie schickt dann halt den, den, äh, ähm, komplett ausgestatteten Hansmann auf sie los und, äh, nächstes, was man sieht, ist dann nur, dass sie mit dem abgetrennten Kopf von ihm sich unterhält. Kleiner Spoiler am Rande, aber, äh, ja. Also das ist ja nur der Auftakt mehr oder weniger von der ganzen Geschichte. Und so in diesem Stile geht's halt weiter. Ja. Also man sollte sich von der bunten und lieblichen Art von, die man so von Scotty Young kennt, hier nicht abschrecken lassen, also das ist, geht schon recht deftig zu und das ist eigentlich eine, eine, eine sehr interessante und, und sehr gelungene Mischung, sag ich jetzt mal. Also wirklich so dieses Verspielte, was man ihn, eben von ihm kennt, ähm, das zu sehen mit, äh, naja, schon, schon Splatter, äh, Elementen, ist schon sehr interessant gemacht. Ja. Er schreibt sich damit letztendlich komplett frei von, äh, von dem, von den OS-Reihen, die mit dir, da hat er ja Diverses geschrieben und der Stil ist auch noch sehr, sehr ähnlich, aber halt durch die ganzen Gore-Elemente, die da halt wirklich drin kommen mit abgetrennten Körperteilen und Mord an, an Märchenfiguren auf eine sehr explizite Art und Weise, schreibt er sich komplett frei, aber in einer mega unterhaltenden, äh, Art und Weise. Ja. Und ich hatte am Anfang so den Gedanken, naja, würde mich das durchgängig eigentlich unterhalten, weil, naja, wenn er sie ermetzelt, sie ermetzelt sich halt, äh, durch das Märchenland durch, würde mir das reichen, aber jo. Ja. Weil es, äh, einfach, äh, es gibt auch noch so den einen oder anderen kleinen Twist drin, gerade am Ende des ersten Bands und, äh, finde ich sehr schön gemacht, also macht Spaß und, äh, ich freue mich eigentlich auf den nächsten Band, also es ist ja Creator und, ne, also es ist bei Image erschienen, oder? Ja. Soll ich jetzt nichts falsch sagen? Das ist ein Image-Band, ja. Ist bei Image erschienen und, äh, damit also, äh, komplett sein eigenes Ding und, ähm, ähm, ja. Ist eine dicke Empfehlung. Nichts für Kinder, würde ich mal so sagen. Das kann sehr verstörend wirken. Es sei denn, die Kinder sind es gewohnt. Also das ist jetzt wieder so das klassische Beispiel, äh, wo der Erwachsene denkt, ach, das ist ein Kinder-Comic, weil es ja schön bunt ist und so kindlich gezeichnet und dann guckt man rein und denkt so, ach, nee. Also wenn das Kind, äh, Resonant Evil und, äh, The Evil Within zocken darf, dann ist das okay. Ja. Ansonsten eher nicht, auch der Hauptfigur geht's regelmäßig, äh, nicht ganz so gut. Ja. Und auch das wird sehr ausgekostet. Aber dadurch, dass sie ein, ein Gast in dieser Welt ist, kann sie halt auch nicht wirklich sterben, also von daher ist das immer so, äh, ja. Man merkt halt wirklich, dass er, dass er Spaß mit dem Ding hat. Das, das ist einfach so. Das kann sich mal so richtig auslesen. Man kann sich so richtig mal auskotzen und kommt, in dem, in dem Ostding, das ist natürlich auch eine sehr schöne Atmosphäre, die mag ich auch sehr, sehr gerne, aber es ist immer so. Ja, da passt auch das Liebliche und Verspielte auch sehr gut rein, aber das ist halt auch mal interessant. Ja, und das hier ist halt das Massaker davon. Ja, genau. Das sollte man auf jeden Fall mitnehmen, ja. Die Extended Version für Erwachsene. Ja. Genau, so. Tja. Sehr schöner Comic, also kann ich echt nur empfehlen. Ich hab, wie gesagt, ich hab's eben wegen Scotty ja mitgenommen und das war auch jetzt nicht sehr teuer, neun Euro oder was. Und, ähm, ja, dachte, komm, das ist zwar englisch, aber, ähm, wird schon einfach zu verstehen sein und das war's auch. Also, ist auch für, für Leute, die jetzt, äh, da spreche ich ja aus eigener Erfahrung, die jetzt nicht so gut englisch können. Also, ich kann zwar englisch und verstehe das meiste, aber, äh, ja. 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 Ja, also das, äh, kann man auch mit, mit geringen Englischkenntnissen sehr gut lesen. Genau. Ist in Deutsch natürlich auch erschienen. Dass sie die ganzen Kraftausdrücke verniedlicht haben, so mehr oder weniger. Ja. Ja. Was sagt's am meisten, äh, äh, Muffin Fluffer, ne, irgendwie sowas, ne, in der Art. Ja, das ist alles so, was für ein Masserfucker steht, ja. Ja, und Fuck und Shit und sowas gibt's alles. Also, also Fluff und, äh, genau. Was natürlich sehr gut rüberkommt, ja. In Amiland aber wahrscheinlich auch notwendig gewesen. Ja, aber macht's natürlich um, umso schöner, weil jeder Erwachsene weiß, was damit gemeint ist. Mhm. Und, äh, ja, das sind dann Sachen, die könnten sogar Kinder lesen, aber, ja, die Bilder patten dann schon wieder nicht mehr dazu. Naja, gut. Jetzt hol doch mal diesen ledernen Wälzer. Den ledernen Wälzer ist gut. Aber lass die Hose an. Ja, du musst dich schon entscheiden, ne. Verdammt. Ja. So, ähm, hätten wir das geklärt, ähm, der lederne Wälzer, oder zumindest sieht es optisch so ein bisschen so aus, ist der Malcolm-Max-Gesamtband, der zum zehnjährigen Jubiläum von Splitter, äh, erschienen ist. Der Horst hat es ja in unserem Sonderpodcast quasi angesprochen, dass da diverse Sonderbände erschienen. Und den hab ich mir da, danach dann, äh, gekauft. Mhm. Ähm, ich hatte ja schon auf diversen Messen in Erlangen und so, hatte ich immer den, äh, Ingo Römling gesehen, beim Signieren. Und hab mir immer gedacht, scheiße, da müsste ich mal hin. Und wie immer, der Breedstorm geht da hin, die Schlange ist lang und dann sagst du dich, ja, irgendwann. Mhm. Mhm. Irgendwann hat noch nicht stattgefunden, aber jetzt, wo dies gesammelt vorliegt, zumindest, äh, dieser Story-Arc, ähm, hab ich mal zugeschlagen. Ist ausgezeichnet mit 44,80 Euro. Mhm. Sind aber drei Alben enthalten, also was dann auch dem Preis von den drei Alben entspricht, ist, äh, natürlich sind die Splitterbände immer Hardcover gemacht, aber das hier ist nochmal mit, mit Goldfarbe, was, was den Preis natürlich nochmal immer, ne, es ist Specials hinten Interviews, und, und Skizzen und so weiter und so fort sind drin. Und, äh, ja, man hat alles, die komplette Geschichte in einem Band. Mhm. Worum geht's? Wieder mal das viktorianische London. Mhm. Und der Malcolm Max, das ist so ein, so eine Art Geisterjäger, so in Richtung, oder Vampirjäger auch, so in Richtung John Sinclair geht das so ein bisschen im viktorianischen London. Und sehr smarter Typ, der keine übersinnlichen Fähigkeiten eigentlich in der Art und Weise hat. Die übersinnlichen Fähigkeiten hat seine Partnerin und das ist die gute Charisma Miss Kina. Die ist Halbvampirin und, äh, kann auch so ein bisschen hexen. Äh, dunkelhaarige Schönheit. Wird gern in, äh, diversen viktorianischen Bekleidungsstücken auch gezeigt. Und, äh, ja, viktorianisches London, da wissen wir relativ schnell, um was es geht. Ähm, da werden wir in Geschichten wie zum Beispiel Sherlock Holmes, haben wir da was gesehen, Jack the Ripper, diese, diese ganzen, ähm, Verfilmungen. Und der letzte Assassin's Creed Teil hat es natürlich, äh, gezeigt, äh, wie hieß er, Unity? Unity? Ja, war das der, der in London gespielt hat? Kann gut sein, ja. Ähm, oder auch, äh, die Order 1886, ähm, hatte ich jetzt, hatte ich jetzt mal durchgezockt. Da war das, die Atmosphäre auch sehr schön. Also, die dunklen Gassen von London mit den, den, die Industrialisierung ist es halt verräuchert. Es gibt jede Menge Prostituierte, es gibt jede Menge dekadente Leute. Und, äh, es geht los mit den ersten Autos und sowas, die durchgehe, aber auch noch Pferde kutschen. Und in diese Atmosphäre wird er reingepackt. Und, äh, ja, es werden Frauen ermordet. Und, äh, es ist nicht der Ripper, sondern man sagt, äh, es ist der Poet. Der Poet hat die Angewohnheit, auch junge Damen zu ermorden und drückt ihnen dann, äh, zur Feier des Tages, zum Beispiel in den abgetrennten Kopf, äh, ein Gedicht, ein Gedichtvers in den Mund, ja. Und, äh. Ist ja auch ideal. Ja. Ja, und in diesen, in diesen Metier fangen sie jetzt an zu forschen, wo das Ganze herkommt. Ähm, und, äh, ja, leichte Steampunk-Anleihen. Also, es gibt dann so einen, so einen Wissenschaftler, der hat, äh, ja, so, so quasi in der Richtung von Golems, so menschliche Maschinen erfunden, die Arbeiten jetzt verrichten sollen, die, die London auch sauberer machen sollen und da für den Straßenkanalbau eingesetzt werden und so weiter, die, die spielen da auch noch mit eine Rolle. Und das ist eine schöne Mischung aus, aus übersinnlichen Geisterjäger-Themen, äh, mit, mit Steampunk. Und das Ganze natürlich meisterlich gezeichnet von, äh, Römling in so einen, ja, Cartooni-Stil. Tja, wie würde man das sagen? Ähm. Ja, Mischung aus Real und Cartoon. Ja, ein bisschen, ein bisschen, als würde Hellboy auf... Vielleicht Franco-Belkig. Ja, so auf eine, auf eine Lust, wie, wie, wie ein Mike Mignola auf eine lustige Art und Weise, sag ich mal, auf ein bisschen ein, ne, in die Richtung geht das Ganze. Und, äh... Sagen wir mal eine lockere Art und Weise. Ja, also es ist nicht, also es wird auch, da geht's gewalttätig zu und tote Menschen, aber es ist trotzdem immer noch mit einem Cartooni-Einschlag, aber auch nicht zu sehr. Ja, also das gefällt mir wirklich überraschend sehr gut, äh, der ganze Band. Also hätte ich das, hätte ich da früher mal reingeblättert, hätte ich mir den früher auch schon signiert geholt. Ähm, und, äh, was für mich auch ein sehr, sehr deutliches Merkmal ist, das Ganze wurde ja, äh, geschrieben von Peter Menningen. Peter Menningen, der hat schon tausend Comics, glaube ich, in Deutschland gemacht, für Bastai seinerzeit, mit solchen, für Gespenstergeschichten, Manos, der Geisterjäger und sowas, also gerade in der Hochphase des Bastai-Verlags, äh, das wird hinten noch, hat er für alles, was rangeht, für Bessie hat er geschrieben, Fix und Foxy, Ghostbusters auf Bastai. Er ist nur gut, Lucky Luke auf Bastai, Lohi, Phantom, also wirklich Prinz Eisennetz, Silberpfeil, ist alles, Beetlejuice, also hat auch Lizenzen offenbar geschrieben, dann danach halt, ne, klar, Ghostbusters, Beetlejuice, äh, ist er nicht selber drauf gekommen, aber in dem Rahmen hat er auch die Figur Melkmal. Na gut, das, äh, basiert ja auch auf dem Hörspiel. Ja, genau, das wäre es nicht so, wie ich hingekommen will. Ach so, okay. Er hat, äh, für, für eine dieser Zeitungen auch, äh, weiß ich, Geisterschocker, irgendwas, ähm, hat er da seinerzeit Hörspiele auch geschrieben. Ja. Und da kam der Malcolm Maxx vor. Mhm, okay. Und, äh, das war die Hörspielreihe und daraufhin gibt es jetzt auch diese, wurde dann danach die Comicreihe geschaffen. Mhm. Und, also, es ist wirklich gut, weil er diese, diese hochtrabende Sprache, die man, äh, dieser Phase auch gern zuordnet, wenn man zum Beispiel eine alte Sherlock-Holmes-Geschichte liest oder so, ähm, die ist da durchgängig drin, aber auch nicht so, dass es nervt. Also, es macht unheimlich viel Spaß, auch gerade bei den Nebencharakteren. Es gibt da so ein, so zwei Schwestern, die zufälligerweise, äh, in der Baker Street neben einem gewissen Herrn mit einer Pfeife wohnen. Okay. Und die ein bisschen was von ihm abge, äh, pinnt haben, quasi was, was kombinieren und so betrifft. Die, das ist wunderbar, wie er die Sprache da als die mittelt und es ist einfach nur eine Freude, das zu lesen. Es ist auch sehr, sehr textlastig, äh, für so, für so einen Comic. Also, man hat sehr, sehr lange Lese-Spaß da dran, weil wir nicht einfach eine Seite, okay, drei Sprechblasen und es geht weiter, wie, was weiß ich, bei Wolverine oder irgendwas, sondern, ähm, es gibt auf jeder Seite einiges zu lesen, aber auch viel dadurch zu entdecken halt, ne, und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Zusammenstellung und, äh, ja, auch das Pärchen an sich, oder ein richtiges Pärchen sind sie ja nicht, aber so ein Pärchen im Werden, ähm, das macht einfach mega viel Spaß und, ja, ich bereue es, dass ich es wirklich nicht, äh, mir früher schon signiert geholt habe, denn das bedeutet, ich muss dem Band, äh, demnächst, äh, wieder wahrscheinlich, äh, nach München oder nach Erlangen oder wohin auch immer transportieren und mir dort signieren lassen, weil das ist wirklich ein Brungstück und auch eine deutsche Produktion, ne, und, ähm, ja, da sieht man, wie, wie hochwertig, äh, man in Deutschland, äh, Comics produzieren kann, äh, wenn man das wirklich will und wenn ein Verlag Bock hat auf sowas halt auch, ne, das, ähm, das ist ein richtig feines Ding, im Anhang wird, gibt es noch, äh, über die Autoren gibt es noch Hinweise, es gibt, äh, es gibt's ein langes, ausführliches Interview und eine Fortsetzung von dem ganzen Ding ist auch nicht ausgeschlossen, aber der Herr Römmling, ähm, zeichnet ja aktuell Star Wars Rebels, ne, und da hat er wahrscheinlich, die Toten hat er auch gezeichnet, also das war das erste, wo er mir aufgefallen ist bei die Toten, das ist schon ein paar Jahre her. Ziemlich erste Comic-Projekt. Also Cover, glaube ich, auch gerne gemacht, auch so ein bisschen in diesen, ja, die Cover waren, glaube ich, immer von ihm, ne, und, äh, Star Wars Rebels ist ja jetzt natürlich gebunden und da würde er auch eine fiese Deadline wahrscheinlich haben, aber ausgeschlossen, dass es hier weitergeht, ist nicht, und das wäre wirklich ein Fund, äh, wenn so eine hochqualitative Serie hier weitergehen könnte, ja, also das ist... Also ich finde es immer wieder erstaunlich, er ist ja nun relativ spät, sagen wir mal, äh, zum Comic gekommen, ja, und das, was er da aber abliefert, das hat immer, äh, Spaß gemacht und hat Hand und Fuß, ne, also das sieht man ja, und er ist einer der, ähm, wenigen deutschen Künstler, die eben Star Wars zeichnen dürfen, das darf man auch nicht vergessen, ne, und Frankfurter Bub, ne, ne, richtig, also das, äh, war mir auch nicht klar, dass, äh, dass er aus Frankfurt kommt, und, äh, ja, das erklärt natürlich den einen oder anderen T3-Auftritt, ne, richtig, ja, in Erinnerung hab und, ja, also den... Gern gesehner Gast und er kommt auch sehr gerne ins T3 und von daher bietet sich das immer an, und was ich wirklich empfehlen kann, also einfach mal zu so einem Signier-Termin hinzugehen, weil es macht einfach Spaß, ihm zuzugucken, das allein schon, also das macht das mit so viel Hingabe, die Sketche auch, und, ähm, ja, also, das macht echt Spaß. Ja, also der muss mir auf jeden Fall da eine halbnackte Karisma reinzeichnen, da führt kein Weg dran vorbei. Ja, was hat denn der Steffen noch so gelesen? Ja, ich hab natürlich wieder was gelesen, was in Richtung, äh, ich sag jetzt mal, Spaß mit Tieren geht, äh, Rocket, Raccoon & Crude heißt der Mann auf Deutsch, hieß aber im Original eigentlich nur, äh, Crude. Mhm. Ähm, natürlich hat mir hier dann Rocket, Raccoon noch mitgenommen, ähm, als titelgebende Figur, weil man die beiden ja als Duo kennt, Rocket, Raccoon hatten wir ja schon mal den Band, da gab's ja schon mal einen, und jetzt gab es halt auch diesen hier, von, äh, Jeff Loveness gezeichnet und Brian Kessinger gezeichnet, das hab ich geschrieben von Jeff Loveness, hab ich richtig gesagt, ja, genau, ähm, und, äh, der Zeichner ist halt einer, der schon für Disney Studios, äh, gezeichnet hat, äh, für diverse Serien und Filme, und, äh, wenn du mal kurz reingucken magst, äh, das sieht man auch direkt eigentlich, grad wenn man sich den Rocket, Raccoon anguckt. Ja. Und, äh, ja, das ist, äh, ein witziger Band, der so ein bisschen auch die, 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 äh, Geschichte erklärt, wie die beiden zueinander gefunden haben, ne, das verrate ich jetzt natürlich an der Stelle nicht, aber es ist ein schöner Band, der auch so ein bisschen mit, äh, mit der Freundschaft der beiden, äh, spielt und, und das so ein bisschen näher bringt, und es geht natürlich, äh, um ein, äh, Abenteuer in, in die Galaxis, ähm, Rocket Raccoon wird mehr oder weniger, äh, äh, entführt, und Groot jagt ihm nun nach und, äh, auf seinem Weg trifft er auf verschiedene Figuren und Charaktere, zum Beispiel auf den Silberserver und, äh, auf, äh, ähm, eine Gruppe aus drei Skulls bestehend und, ähm, gründet halt dann über kurz oder lang, äh, später kommt noch so ein, so ein Roboter dazu, der irgendwie von der Erde mal ins Weltall geschickt wurde, um da Forschung zu betreiben und, der funktioniert noch mit Floppy Discs, ja, also immer wenn der abstürzt, dann muss er halt erst mal mit Floppy Discs neu gebootet werden und, ähm, ja, so, so, so ein, äh, lustres Team bildet dann halt gut um sich und, äh, um seinen Kumpel und Partner zu befreien. Ja, das ist das, um was es in dem Band geht und, äh, ist eine schöne Geschichte, hat ein, äh, sehr herzliches Ende und, äh, ja, spielst du auch so ein bisschen nicht nur mit der, mit der Zeichnung, mit dem Disney-Stil, sondern auch von der Erzählung her. Könnte man jetzt, ähm, auch denken, das könnte auch gut als, als, äh, Disney-Film oder Disney-Episode funktionieren mit den beiden, ja. Muss man einen Schluck trinken? Ja. Meinst du, das ist schon eine gewisse Annäherung zwischen Disney und Marvel oder? Ja, definitiv würde ich sagen, weil, ähm, wenn man sich jetzt schon Zeichner dann reinholt aus dem Disney-Stall, die dann, also das ist ja jetzt nun wahrscheinlich auch nicht immer der Fall oder nicht so häufig der Fall, aber eben ab und an mal und, ähm, ja, ich denke schon, dass das so eine gewisse Annäherung ist, ja. Ist auch kein Wunder, ne, dass diese zwei wieder hier im Team auftauchen halt, ne, die, dass, die lassen sich natürlich sehr gut vermarkten, waren ja so ein bisschen die Sympathiefiguren in dem ganzen Film halt, ne, ähm. Genau. Da kann man natürlich Geld mit scheffeln. Ja, und wie gesagt, also, das, die sind natürlich auch prädestiniert dazu, dann, äh, irgendwie auch so ein bisschen, äh, das Disney-Ambiente aufgestülpt zu bekommen, ja, äh, was hier aber ganz gut funktioniert, finde ich. Also, gut, ich bin jetzt auch Disney-Affin, also, mir macht das ja nichts aus. Ich würde mal gerne die Meinung von jemandem hören, der nicht so Disney-Affin ist und, äh, der das mal liest. Geht's drum? Ja, ich hatte ja den, äh, damals diesen, diesen US-Sammelband, äh, gelesen von Rocket Raccoon und, äh, Groot. Mhm. Und da, äh, auch da ist das schon, also, da war ja noch lange nichts bekannt, ähm. Okay. Dass, äh, dass da irgendwas in die Richtung gehen wird, äh, mit Disney, aber auch da ging, ging's schon in Richtung Verniedlichung und, ja, nicht immer hundertprozentig Scotty Young, aber die Richtung war schon klar, dass das knuffige Figuren einfach auch werden, ja. Das, das, das war deutlich. Gut, gut. Ja, also, das, wie gesagt, wer da, wer da Fan von den beiden ist, dem ist der Bernd natürlich sowieso ans Herz gelegt und, äh, wer so einfach mal, ja, so ne, ja, ich würde schon fast sagen, so ne Disney-Geschichte mal im Marvel-Kleid sehen möchte, das passt da ganz gut, ja. Mhm. Oder ne Marvel-Geschichte im Disney-Kleid, je nachdem, wie man's auslegen möchte, ja. Mhm. Genau. Gut. Ist das mal was, gut hast du gesagt, ist das mal was, was, äh, für dich so? Ja, durchaus. Also, ähm, ich hatte ja sehr viel, ich hatte ja sehr viel Spaß, äh, an dem, äh, an diesem Sammelband, auch gerade durch die unterschiedlichen Stile. Es, es, es stimmt schon, also gerade wenn ich mir die Augen sehr angucke, da, da ist schon, ja, sehr viel Disney-lastiges, äh, dabei, aber er trifft hier nicht nur auf den Silver Surfer, sondern, ähm, auch auf die junge Dame, mit der er sich bewegt. Stimmt, ja. Ähm, und, äh, auch dieser Stil. Die von der Erde kam, ne? Genau. Und, ähm, ja, da, äh, von dem Mad Men-Zeichner quasi, der ist, und, äh, Mike Allred, genau. Und, äh, auch da, äh, gibt's eine gewisse Annäherung. Also, interessant, so sehen wir die junge Dame, der genau auch dieses Mike Allred typische, äh, gepunktete Kleid anzieht. Also, da, da hat er offensichtlich so einen gewissen Fetisch für. Ähm, ne? Sieht, sieht anders aus, aber man, man weiß, wo es herkommt. Also, ist schon, schon nett gemacht hier. Also, da, den nehme ich, den behalten wir gleich mal hier. Ja. Ja. So ist das. Ja. Willst du nochmal einen machen? Na, Logo? Ja. Äh, wollen wir den erstmal noch nach hinten schieben oder wollen wir gleich drüber sprechen? Weil das ist jetzt der im Grunde, den wir beide gelesen haben. Den hast du auch gelesen? Ja, genau. Okay. Wie du möchtest. Okay. Dann nehmen wir was anders. Und zwar habe ich, äh, aus meinem Lebensstapel rausgefischt, mal wieder was von Reprodukt, ähm, Böse Geister von Per Meter und, äh, Gerda Reit. Ähm, den hatte ich mir seinerzeit mal. Ist das einer aus dieser Krimi-Reihe? Nee, überhaupt nicht. Ähm, der, wie du es schon ansprichst, der Per Meter, der hat ja, äh, zum Beispiel mit Barbara Jelin, ähm, schon damals, äh, Gift gemacht, äh, was, äh, über eine Giftmörderin und auch, äh, mit Isabel Kreitz-Hahrmann, war es Meers Bruder, äh, hat er, äh, geschrieben. Und, äh, deswegen ordnet man ihn bei dieser, bei dieser Krimi-Geschichte oder wahre Begebenheiten, Massenmörder, etc., äh, sehr ein. Das Ding hier, was die gute Gerda Reit gezeichnet hat, äh, schlägt in eine etwas andere Richtung. Und zwar sind, ja, kommt ein älterer Herr an das Haus, äh, zurück, wo er quasi in seiner Jugendzeit groß geworden ist. Und, äh, seine Jugendzeit, ähm, ja, war jetzt natürlich die, die Machtergreifung von Nazis halt dann auch. Okay. Ähm, und, ähm, ja, äh, beziehungsweise, nee, also nicht eine Machtergreifung von Nazis, sondern, sondern einfach auch, äh, die Zeit danach, äh, wo er dann, äh, ja, äh, ich glaube in den Fünfzigern ist er dann, ist er dann, äh, ja, ja, wirklich dann aufgewachsen. Mhm. Aber auch noch mit, mit Leuten, die in der Nazi-Zeit was zu sagen hatten, so. Aber es ist jetzt nicht die typische deutsche Graphic-Novel, wo dann das Leiden und so megamäßig thematisiert wird, sondern es geht mehr drum um seine Leseleidenschaft. Ähm, er hat relativ schnell ein Faible, also der alte Mann für, für Horrorgeschichten entwickelt, also Geschichten des Grauens und, und diese Bildergeschichten mit, ja, äh, Särgen, Frankenstein-ähnlichen Monstern und sowas. Und er bekommt die immer in so einem Gebrauchtbuchladen-Handel, äh, um die Ecke. Und er arbeitet dann dafür für den Buchhändler und sortiert irgendwelche Sachen ein, darf er sich dann gelegentlich Heftchen mitnehmen. Mhm. Was natürlich nicht so gut ankommt, äh, als das in der Schule bei ihm gefunden wird, weil sein, äh, ja, sein, sein Direktor mit Nazi-Hintergrund, ähm, äh, das dann findet, das, äh, findet er ganz schrecklich und entartet und überhaupt und er soll das alles weglassen. Und, äh, ja, dazu kommt dann natürlich noch das, äh, sein Vater stirbt, also, und diese Erinnerung, die ruft dieses alte Gebäude in ihm wach und das wird, äh, da drin zelebriert. Also, es ist keine, keine lustige, sondern eher ein bisschen halb esoterische Geschichte und Jugenderinnerung, aber einfach, äh, auch handwerklich sehr gut gemacht, sind Schwarz-Weiß-Zeichnungen, ähm, überhaupt, überhaupt in keinster Weise krimilastig, äh, das, das hat mich dann wirklich auch so ein bisschen überrascht, aber trotzdem sehr unterhaltsam. Es gibt auch viele, äh, Panels, wo überhaupt keine, keine Sprache kommt, also keine, keine Sprachblasen, Sprechblasen, sondern, äh, wo du einfach mit dem Gesichtsausdruck von dem Jungen sehr, sehr viel erkennst und, äh, ja, ähm, man ist, das Einzige, was ich kritisieren muss, ist man relativ schnell durch dadurch, ähm, für ein 20-Euro-Band fand ich fast einen Tick zu schnell durch, ähm, aber trotzdem, ja, eine, eine Leseempfehlung für wen, der so, so leicht esoterisch angehaucht und, äh, mit, mit Jugenderinnerungen und so hat, also das, ähm, sicherlich kein Band für jeden und, äh, wenn du halt diese typische Massenmörder in den 20er Jahren, äh, per Meter, äh, Krimi-Geschichte erwartest, dann wirst du wahrscheinlich enttäuscht sein, aber auch das hat eine sehr, sehr schöne Wirkung auf mich, die Zeichnungen, ja, wie, 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 wäre das was optisch für dich? Ich muss erstmal reingucken. Ich muss erstmal reinblättern. Ja, das ist so. Vom ersten Eindruck her auf jeden Fall, ja. Ja, es sind so, ähm, ich würde jetzt mal sagen, Bleistiftzeichnungen, ne? Ja. Relativ klare. Ja. Ja. Sieht auf jeden Fall interessant aus, ja. Nicht, nicht ganz realistisch, äh, so ein bisschen, äh, ja, wie, wie würde man uns, wo ist Oni, um uns zu erklären, was ist der Stil, das, äh, bisschen, bisschen angeniedlicht. Ja. Teilweise die Nasen sehr, sehr spitz. Dynamisch, so, ja. Aber, ähm, durchaus sehenswert, sehr dunkel das Ganze, ähm, aber das braucht die Atmosphäre von dem Band einfach auch. Ja. 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 Sieht sehr interessant aus, aber ich hab noch so viel von dir, was ich immer noch nicht geschafft habe zu lesen. Ja. Deswegen, ja, erstmal nicht. Was hast du denn gelesen dann? Ja, andere Sachen. Und zwar zum Beispiel auch natürlich angefeuert durch den Film Die Suicide Squad. Ähm, ähm, hab ich mir jetzt den neuesten Band gekauft, der da jetzt erschienen ist, von Panini, also die neue Reihe, die da auch heißt, die neue Suicide Squad. Und, ähm, ähm, der erste Band, der erste Band, äh, das Phantasmkommando, äh, erschienen ist. Ähm, das Ganze habe ich natürlich, äh, im Zusammenhang mit einem Signiertermin mir gegönnt, äh, weil ein Zeichner aus dem Band da war, nämlich der Phil Briones, genau. Ähm, der auch ein Band von Drachenritter irgendwie, äh, äh, illustriert hatte. Ja, aber jetzt geht's erstmal um die Suicide Squad. Und zwar, ähm, bekommt Menta Waller einen neuen Vorgesetzten, dessen Namen ich jetzt natürlich nicht weiß. Namen sind bei mir Schall und Rauch. Ähm, genau, aber das bekommt einen neuen Vorgesetzten und der will einfach so ein bisschen was anderes machen und, äh, lädt, äh, neue Rekruten in das Team ein. Unter anderem Deathstroke und, äh, die Tochter von Joker und so weiter und so fort. Mhm. Und, äh, einfach um das ein bisschen, äh, den Wettbewerbsgelang reinzubringen. Also natürlich kann Harley überhaupt nichts anfangen mit der Idee, dass er jetzt auf einmal die sogenannte Tochter vom Joker auftaucht. Und, ähm, die sich das ja mehr oder weniger auch nur irgendwie, äh, zusammengeklaut hat, die Identität, ne? Und, ähm, Spoiler? Nö, so groß ist der Spoiler nicht. Nö? Nö. Äh, weil die, das ist im Grunde eine, ne, ne, eine Geschichte, auf die man aufgebaut hat, vorher schon. Okay. Und, ähm, die es auch so früher schon mal gab, so ähnlich. Ja, nur hier halt ein bisschen extremer. Ja, und, ähm, jedenfalls, ähm, hat man noch im Team Black Manta zum Beispiel und natürlich, äh, auch, äh, Deadshot. Mhm. Und, äh, da ist natürlich klar, also Deathstroke ist dann praktisch das Pendant zu, äh, Death, Deadshot. Ich komme mit diesen ganzen... Pendant. 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 Pendant ist was anderes als Pendant. So, und, äh, Bildungselite möchte das nicht. So, äh, genau. Ja, äh, genau, da gibt es dann halt auch so diesen, ähm, Wettbewerbsgedanken. Die beiden, äh, das Team wird dann wieder, äh, in Gebiete geschickt, wo es natürlich, ähm, heikel ist, was, was die, äh, äh, nenn ich sag mal schnell, die diplomatischen Beziehungen angeht. Also, sie werden nach Russland geschickt zum einen oder auch nach China. Und, ähm, ja. Ja, sie sollen da halt ihre Aufträge, Aufträge erledigen. Und das Ganze unter dem, äh, erschwerten Voraussetzungen, dass da jetzt auf einmal neue Leute mit dem Team mitmischen. Und dann, äh, ja, auch noch das ein oder andere geschieht, dass, ähm, Deathshot in eine Art, äh, Zwickmühle gerät. Welche genau will ich jetzt hier gar nicht, ähm, spoilern. Ja, und wie sich das Ganze auflöst, kann man halt so im ersten Band, ähm, lesen, dieser neuen Suicide Squad und, ähm, macht auch auf jeden Fall, äh, Appetit auf mehr. Ja, also, ich bin da jetzt mal gespannt, wenn dann der nächste Band kommt, dann werde ich mir den sicherlich auch nochmal gönnen. Und, äh, ja, ist halt im Grunde so die Suicide Squad, wie man sich die auch vorstellt. Also, die einfach dahin geht, wo es diplomatisch ein bisschen heikel ist und, äh, die jetzt nicht so die, äh, Überbedrohungen bekämpfen. Mhm. Ja. Ja, von der Suicide Squad kommen wir jetzt zu Ghoul Squad. Ghoul Squad ist nämlich die, äh, neue... Ach so, ich dachte die ganze Zeit, was macht der denn an seinem Handy? Der spielt die ganze Zeit, der interessiert gar nicht, was ich zu sagen habe. Nee, das ist die neue Importserie von, äh, Plenplen Productions, äh, die haben ja einige Importtitel mittlerweile im Programm. Also, schauen im Netz, was es so an netten ausländischen Serien gibt und übersetzen die dann, blättern sie und bringen sie in schöner gedruckter Form auf den deutschen Markt. So auch die Ghoul Squad. Okay. Äh, das ist eine Serie von zwei Herren, die mir nichts gesagt haben. Das ist Brandon Reines und, äh, dem Zeichner Carlos Trigo. Ähm, Henning Mertens von Plenplen Productions hat es übersetzt. Und, äh, Fanboy, also der Chef von, äh, Plenplen Productions hat das Ganze gelettert. Mhm. Ähm, Ghoul Squad ist eine schöne Zusammensetzung von diversen Monstren und, äh, Filmbösewichten, sag ich mal. Äh, da gibt's den Vampir Vane, den Fledermausmensch Hellbed, die Hexe namens Wicker. Und, äh, Greinerstein, das ist, äh, so eine Art, äh, Frankenstein-ähnliches Monstrum. Ein bisschen was von Trap Joe hat's, hat er auch mit so einem heraubklappbaren, äh, mechanischen Kiefer. Mhm. Und, äh, dieser, der Vampir, äh, Vane hat die zusammengerufen, weil er endlich mal aus diesem Monster-Dasein rauskommen möchte und er möchte so eine Art Superhelden-Team damit gründen. Ja, ne, und, äh, ja, die erleben dann auch gleich, äh, den ersten Fall, äh, da ist, äh, ein Wehrwolf, der diverse da arme Dorfbewohner, äh, zerstückelt. Und, äh, die Ghoul Squad muss jetzt versuchen, den Wehrwolf, äh, dingfest zu machen. Jetzt kann man natürlich sagen, warum wollen die den fangen? Eigentlich ist er ja genau wie sie, aber da gibt's eine sehr lustige Begründung in den Band, die möchte ich jetzt nicht rausnehmen. Aber, ähm, das wird schon sehr, sehr, äh, humorvoll gemacht. Das Ganze ist auch sehr cartoony, äh, gezeichnet. Ich glaub, Steffen, dir würde es, glaub ich, so richtig gut gefallen. So, ja, ich, pfff. Naja, ich kenn bisher ja nur das Cover. Mhm. Aber, äh, ja, das sah schon sehr cartoonmäßig aus, aber von daher. Ja. Also das erste Heft führt halt die Figuren ein, ähm, äh, macht, macht einen kleinen Fall da draus. Und, äh, ja, das ist ein All-Age-Titel im Prinzip. Und, äh, ja, ich hatte definitiv Spaß an dem Band. Und, äh, jetzt rein von Zeichnung her, war's, äh, vom Cover hätte ich erstmal gesagt, okay, äh, für meinen Geschmack wär's fast ein bisschen zu kartonig. Das ist, wie gesagt, eigentlich deine Baustelle, Steffen. Aber es passt halt einfach zu dieser, zu dieser Atmosphäre, die da generiert wird. Klar ist es auch dunkel, aber die Serie nimmt sich halt nicht bierernst, ne? Und, ähm, ja, hat mich ein bisschen erinnert an, an Marvel's, äh, Legion of Monsters. Okay. Da ist es ja auch so ein bisschen, wo die, die, die klassischen Monstren gesammelt werden und so ein bisschen, äh, Superheldenähnliche Abenteuer erleben. Und so ist es auch, aber auf eine sehr humorvolle Art und Weise. Also, also ich denke, das wird gerade so im, im, äh, Plem Plem hat ja auch diese, äh, für, für Kinder diese, diese Reihe. Mhm. Und, äh, wer da, äh, aus, aus dem Bereich, was sich holt, kann, kann das Getrost dann auch noch mit dazunehmen. Also, das ist, denke ich mal, ein guter Schachzug, gerade wenn man jetzt bei Kindern andocken will. Okay. Ähm, dazu gab's dann, äh, was jetzt auch neu rausgekommen ist von Plem Plem, ist das neue War Comics. Mhm. Ähm, das macht hier der Thorsten Bruchhaus momentan. Und, äh, ja, seit, seit er es macht, kommt da eigentlich ständig neue Sachen raus. Er sammelt so diverse deutsche Zeichner und macht eine kleine Anthologie in Heftreihe. Ich glaube, die beisicht in den Keller und, äh, das weiß ich nicht, wie ich das, genau. Ja. Ja, so klingt das eben, der sammelt die und spürt die. Nein, das ist nicht wie ein Pulp Fiction-Stell. Also, glaube ich jedenfalls, ich weiß es nicht. Ähm, da hat er wieder einige, äh, auch aus dem Webcomic-Bereich und so, äh, zusammengeholt. Mhm. Äh, zum Beispiel Albert Hulm, der, da gibt's eine Superhelden-Geschichte mit Namen der 3,8-Meter-Bengel. Und das ist auch eine sehr knuffige Superhelden-Geschichte. Mhm. Nicht, was, ich weiß nicht, warum du jetzt so dünnig grinst. Du hast eine, nein, 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 Moment, 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 Moment. Mutzige Fantasie. Nein, 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 die, die, die Titelzusammensetzung hat mich gerade überrascht. Ja. Das ist alles. Ähm, der, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, was mir weiterhin immer noch sehr, sehr gut gefällt, ist Till Felix. Immer diese, immer diese Schubladen, in die ich hier gesteckt werde, das ist ja, unfassbar. Sagt es und lacht frivol. Ähm, Till Felix macht ja diese, äh, Reihe Insektenwelt. Ja. Ähm, und da ist da jetzt die vierte Fortsetzung, äh, von erschienen. Das sieht immer sehr, sehr geil aus und ich mag auch dieses Setting, äh, Menschen reiten auf Insekten, sehr kleine Menschen reiten auf Insekten und so ein bisschen Mittelalter. Das, äh, hab ich bis dahin noch nirgendwo so gesehen und, äh, ja. Ein Däumling? Ja, ja, aber. Ja, okay. So als Comic hatte ich da noch keine, äh, Ding, das ist, äh, abgeschlossen dann und die Serie, ähm, steht im Band, wird dann in Jessam fortgesetzt halt, ne, und, äh, ja. Ähm, sehr lustig fand ich auch, äh, von Adrian von Bauer, das ist so ein, äh, typischer Einseiter mit, mit, mit Cartoons drauf, mit It's a Match und zufällig da sind auch klassische Monster beim Daten, halt immer so ein Panel, wo verschiedene Monster sich daten und zu lustigen Situationen, jetzt kann, hört sich jetzt natürlich, wenn ich so beschreibe, aber ich will die Gags nicht vorher wegnehmen, aber das hat mir auch vom Humor-Stil richtig gefallen. Cover von Mario Bühling sah auch mega gut aus, der ist ja auch sehr, äh, bekannt durch seinen, äh, Katzenfutter-Gelee-Spritzer. Ähm, ist da eine Bank drin und, äh, ja. Ja, also wirklich wieder ein schöner, schöner Band und, äh, der Vorteil an dieser Art von Anthologie ist halt, dass du nicht immer ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre warten musstest, äh, wie, wie bei anderen Serien, sondern dass du immer regelmäßig, äh, was Neues bekommst und, äh, ja, ist für jeden was dabei. Natürlich gibt's auch Sachen, die einem dann, äh, weniger gefallen, das wird's immer geben, dass du, äh, aber das ist halt persönlicher Geschmack und das ist in jeder Anthologie so. Ja, also das, aber, wie gesagt, von einigen, äh, würde mich auch freuen, äh, wenn da komplette Serien rauskämen, ob bei Plen Plen, wo auch immer, ähm, gerade Till Felix ist da so ein Kandidat, aber durch auch, äh, Albert Hulm, ähm, da könnte ich mir richtig, richtig gutes Zeug vorstellen und, äh, auch da wieder ein Beleg dafür, wie, wie lebendig und aktiv der deutsche Markt sein kann. Mhm. Ne? Ja. Es wird jetzt schon verdammt früh dunkel, merke ich grad. Ja. Wir haben heute, äh, Aufzeichnungsdatum Donnerstag, 15. September und die Uhrzeit. Es ist 19 Uhr 43. Oh Mann. Hey, der macht mich fertig. Ja, Micky Maus kann mir jetzt die Uhrzeit. So, ähm. Steffen und seine Apple Watch. Ja, du hattest ja vorhin gerade mit so einen, äh, Titel, der sich nicht ganz so ernst nimmt selbst, also, Ghoul Squad, oder? Ähm, nicht ganz so ernst nimmt sich auch Harleys geheimes Tagebuch. Oh. Oh, ein schöner Titel von Panini Comics wieder mal, und, ähm, natürlich ist, äh, hat man das Harley Fieber komplett genutzt, also, ähm, hier geht's nicht um Motorräder, sondern um die Freundin des Jokers, und, also, so ist sie bekannt geworden zumindest, die natürlich im, ähm, im Kinofilm Suicide Squad eine super Rolle spielt, und, äh, was wird das jetzt wieder, bitte schicke er ein Foto, damit auch der Hörer versteht, warum ich gerade anfange zu stammeln. Dieses Foto, ähm, sollte man kurz beschreiben, damit ihr dann auch wisst, welches gemeint ist. Äh, er bringt meinen BP Richfield-Figur, äh, in eine komische Situation, muss man so zu umschreiben, mit dem Triceratops seiner Tochter, was jetzt wieder sehr, sehr merkwürdig ist. Naja, gut, ähm, Foto gibt's dann, wie gesagt, auf Twitter irgendwo, oder vielleicht auch hier in den Beitrag verlinkt. Es ist nicht schön gut, dass wir explizit sind. Naja, wo war ich denn stehen geblieben? Harleys Geheimnis-Tagebuch ist, äh, im Grunde eine Reihe, die, äh, am ehesten zu vergleichen ist mit The Brave and the Bold. Sagt ihr das was? Ja. Oder Marble Team-Up, zum Beispiel. Ja. Ähm, also das heißt, Protagonistin ist hier natürlich die titelgebende Harley Quinn, und die, äh, ähm, erlebt hier in dieser, in dieser Reihe, äh, Abenteuer mit verschiedenen Figuren, ne? Und im ersten, äh, im ersten Band hier von Panini sind das, äh, drei Helden, beziehungsweise zwei Heldinnen und ein Held. Und zwar ist es, ähm, in der ersten Geschichte Wonder Woman, bei der sie sich als, äh, absoluter Fan outet, mehr oder weniger, und, ähm, ja, zu sich dem Plan fasst, ähm, ihr praktisch in den, in den Fall, äh, aufzuklären und damit bei ihr praktisch, äh, in Stein ins Brett zu kriegen, ne? So, der nächste, die nächste Geschichte ist dann, äh, die mit, äh, Hel Jordan, der Green Lantern, also, ähm, der erdlichen Green Lantern. Und, ähm, Harley ersteigert über ein, ähm, Online-Portal einen, einen Kraftring, oder vielmehr zwei Kraftringe, nämlich einen roten und einen schwarzen, und die vereinen sich dann irgendwie. Und, äh, jetzt fliegt sie dann praktisch so mehr oder weniger als, äh, rot-schwarze Laterne durch die Gegend und stiftet Chaos. Und natürlich, äh, ist das dann ein Fall, um den sich Hel Jordan kümmern möchte. Und, äh, ja, daraus entspricht sich halt diese lustige Geschichte, dieses, naja, mehr oder weniger Team-Up der beiden. Ähm, denn Harley ist hier dann in dem Fall immer erstmal so, äh, naja, der Gegner im ersten Moment, also auch, auch so, so, das hat man, äh, so übernommen, dass man immer erstmal gegeneinander antritt, aber sich dann mehr oder weniger auch als, äh, möchte gerne Hel den outet, ne? Mhm. Und in der dritten Geschichte geht's praktisch, äh, trifft sie dann auf Zerterna, die Magierin. Und, ähm, die, äh, ist zu Gast in ihrem Viertel, um da, äh, praktisch, äh, eine Bühnenshow abzuliefern und, äh, mit Harley Quinn zusammen entdeckt sie, dass es im, im Haus, in dem Harley Quinn, äh, lebt, äh, spukt. Also, da sind, äh, Geister abgestiegen, die, ähm, naja, Harley Quinn lebt im, äh, wie heißt das, äh, Coney Island? Ja. So dieses Vergnügungsfeld? Genau. Und, äh, da sind, äh, jede Menge von den alten Fahrgeschäften, äh, ähm, ähm, ja, nicht, nicht mehr im, im Betrieb und verfallen mehr oder weniger und, äh, in einem, also in einer Geisterbahn, äh, sind halt Geister, äh, drin und die versuchen nun irgendwie, ähm, eine neue Bleibe zu finden. Genau. Und darum geht's dann hier und, äh, kriegt sie halt die Unterstützung von Zerterna. Genau. Mhm. Drei Geschichten sind da drin und, ähm, ja. Die machen gute Laune. Ist halt, wie gesagt, der alte Team-Up-Gedanke, aber das Ganze mit Harley Quinn gewürzt macht sehr viel Spaß. Und findest du auch, dass die Zeichnungen sexistisch sind, oder? Teilweise, ja. Ich seh hier, wird einiges entgegen der Schwerkraft nach oben gedrückt, so auf den Cover zumindest, aber innen drin, bei, das seh ich jetzt beim ersten Durchblättern auch. Ja. Ja gut, äh, die... Ist dir nicht aufgefallen, ne? Ich prange das an. Es ging mir um die Handlung. Ja. Ja. Ähm, die Zeichner wechseln auch, also es ist nie... Also zumindest in den ersten drei Geschichten nicht dasselbe Zeichner, das ist immer ein anderer. Mhm. Und geschrieben wird's auch von Amanda Conner, meine ich, die auch die reguläre, äh, Harley-Queen-Reihe geschrieben hat. Ja, aber zusammen mit, äh, Jimmy Palmiati halt, ne? Ach, okay. Das ist schon... Gut. Ja, ähm, ich... Wie gesagt, ich bin so ein bisschen Harley-Müde, weil ich find, dass die Figur sehr, sehr verheizt wird momentan. Gerade der neue Joker ist. Ja, das ist so, weiß ich nicht, also das ist eher eine neue Wolverine halt, die Sau, die durch jede Geschichte getrieben wird, weil man weiß, wenn du sie auf dem Cover zeigst, dann verkauft sich das gerade jetzt... Das gab's ja tatsächlich mit Joker auch schon, aber das, äh, deswegen meinte ich das gerade. Also, okay. Ja, also, es gab eine, eine Phase, wo Joker irgendwie im ganzen DC-Universum irgendwas zu tun hatte und in jeder, äh, Reihe aufgetaucht ist, wo er eigentlich, wo man ihn nicht vermutet hält. Mhm. Aber gut, ich sag mal so, äh, hier wird's jetzt halt so gelöst, dass man ihr eine Reihe gibt, in der sie dann halt mit Figuren agiert. Mhm. Anstatt umgekehrt, ja. Also, äh, Good Suicide Squad ist ja natürlich noch drin und, äh, sie hat noch ihren, ihren Solo-Titel im Grunde, aber, äh, wer das nicht lesen will, der muss es ja nicht lesen. Und, äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob's so, ähm, oft in anderen Comics noch auftaucht. Mhm. Weiß ich grad nicht. Also, ich glaub, für mich wär's nix, muss ich echt sagen. Es ist sehr, sehr, sehr lustig halt, äh, offenbar. Also, hat das irgendeinen Zusammenhang mit der Kontinuität? Nee. Ja doch, ja klar. Also, es ist bei DC eigentlich egal, aber... Im Grunde ein weiteres Spin-Off von ihrer Solo-Serie, wenn man so will, ja. Also, die, die Ereignisse, die in der... Ich hab die Solo-Serie nicht gelesen, das sag ich dazu, aber das, was ich jetzt hier so, äh, in der Einleitung gelesen habe und so, nimmt das, äh, Bezug auf Ereignisse aus der Solo-Serie. Mhm. Ja. Und es gab ja, es gab ja auch schon mal irgendwie das, das, äh, Team-Up mit, mit Powergirl und darauf fußt das dann so ein bisschen auf noch. Also, das heißt, äh, jetzt geht's dann halt weiter mit verschiedenen Helden und das Ganze ist halt eine eigene Serie. Ja, das ist halt auch so ein Titel, da kann man auch mal das ein oder andere auslassen, wenn's einen nicht so interessiert und, äh, liest dann halt, äh, wenn dann mal wieder Helden dabei sind, die einen interessieren. Hier war's jetzt natürlich... Hell Jordan. Hell Jordan in der ersten Ausgabe direkt und, äh, das war dann schon für mich ein Kaufgrund, ja. Ja. Das denk ich mir, ja. Ja. Du hast da hinten noch was liegen. Ja, äh, wie gesagt, auch ein älterer Titel jetzt von Splitter, ich weiß gar nicht, ich muss grad mal gucken, lag eine Zeit lang. Aber gut breit gefächert, also heute hab ich mir die Panettitel dabei. Ja. Ja, also momentan, muss ich sagen, mit Superhelden hab ich, äh, so ein bisschen, bin ich am pausieren. Gut, äh, versuch ich ja auch weniger, aber, ja, ich... Ne, und hab stattdessen einfach mal mehr, äh, auch in die Backlist und was ich immer so irgendwann zusammengekauft habe, äh, gegriffen und das ist ja immer ganz gut. Ähm, schöner Titel von Splitter, ein Mann namens Cervantes. Okay. Äh, der literarisch gebildete Zuhörer weiß natürlich, dass, äh, Miguel de Cervantes der Autor von Don Quixote gewesen ist. Ah, ja. Wobei Don Quixote nur der deutsche Titel gewesen ist, der, der Originaltitel, äh, also eingedeutscht hieße eigentlich der sinnreiche Junker Don Quixote von der Mantra. Mhm. Und, ähm, ja, auf dem Cover sieht man, äh, einen bärtigen Herrn mit einem Cowboyhut, wie er in seinem Auto sieht, sitzt und, äh, einen Hubschrauber in der Wüste, äh, ziemlich genau in Monument Valley am Himmel beobachtet. Und, äh, ja, wenn man den Zusammenhang mit Cervantes dann weiß, ist es natürlich so, dass, äh, Don Quixote-Bezug, dass das auch so ein bisschen das Bild ist, wie Don Quixote, äh, auf die Windmühle mal geschaut hat. Ne, das ist ja dieses klassische Bild, wie er mit, äh, mit, äh, Sanjo Panza, äh, quasi vor der Windmühle steht und noch hochglotzt auf seiner Rosinant. Und, äh, ja, das hatte so ein bisschen die Angst, dass das einfach, äh, die Übertragung von Don Quixote, äh, in moderne Welt ist. Ja. Was es natürlich teilweise dann auch ist, aber trotzdem ist es nicht einfach so, so, wir, wir machen das Pferd weg und er sitzt auf dem Motorrad oder sowas und dann dieselbe Geschichte einfach nochmal erzählt. Und, äh, diesen Fehler machen ja viele, äh, Autoren, äh, muss ich sagen, das ist ein Element, was vielleicht in den 80ern noch als modern gegolten hätte, aber jetzt momentan haben es so viele gemacht, dass es einfach nicht mehr geil ist. Und, äh, hier ist es aber ein bisschen anders gelagert als Cervantes, ist ein, ist ein Amerikaner. Mhm. Und, äh, es geht gleich lustig los, äh, man sieht ihn in so einer Westernstadt stehen, wie er so in seinem Sheriff-Outfit da rum und, und er raucht eine Zigarette. So wie der Marlboro-Man, läuft den Saloon runter und, äh, plötzlich kommt aber ein Streifenwagen mit zwei Sheriffs angefahren und, äh, die verhaften ihn, weil, äh, das ist nämlich keine, wie soll ich das sagen, keine wirkliche Westernstadt, sondern erst so ein, 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 so ein Vergnügungspark mäßig. Weise hat er halt beschlossen, er muss dringend mal ganz viel kiffen und die Sheriffs haben das aufgedeckt und so wanderte er natürlich in den Knast und vom Knast wandert er aber dann relativ schnell in den Krieg, nämlich nach Afghanistan, weil er konnte sich wohl irgendwie loskaufen, also offensichtlich, wenn du da strafgefangen bist und sagst, okay, dann diene ich halt der Armee im Kriegseinsatz, dann scheint das da zu funktionieren, wenn man entsprechende Fähigkeiten hat und das hat er da auch gemacht, und wird aber leider, leider ziemlich schnell dann da verletzt, was natürlich auch wieder gewisse Parallelen hat zu dem Autoservantes, der nämlich auch verletzt wurde, dem sein Konvoi wird angegriffen und ja, Körperteile fehlen ihm dann im Anschluss, ja, also seine Hand ist nicht mehr das, was ihm mal war, ist nicht mehr zu gebrochen, er ist dann in so einem Gefangenenlager und ja, es kommt dann so ein bisschen dazu, dass er, ja, so ein bisschen wahnsinnig wird dann eigentlich auch, kann aber fliehen und kommt wieder zurück nach Amerika und da lernt er dann so ein bisschen diese Parallele kennen zu Don Quixote, beziehungsweise zu seinem Namensvetter, dem Autofond Cervantes, der nämlich ein sehr ähnliches Schicksal hatte, der auch als Spanier im Kampf gegen irgendeine andere Nation, ich weiß nicht, gegen die Engländer, wen auch immer, verletzt wurde und ja, fängt sich, fängt dann an, sich mit dieser Geschichte zu beschäftigen, von der er vorher, trotz dieser Namensgleichheit, nicht allzu viel wusste und ja, es ist, der Rest ist halt, das ist wirklich nur der Anfang und der Rest ist dann wirklich ein wilder Roadtrip durch die USA, durch verschiedene, durch verschiedene Epochen und ja, das Ganze ist in schwarz-weiß gehalten, wird dadurch auch nicht jedermanns Stil sein, sehr, sehr dunkel, teilweise sehr bedrückend, also es ist ganz, ganz selten kommen ein bisschen was Pastellfarbenes drin vor, aber halt auch ein gewisses Maß an sozialkritischen Ansätzen sind da drin und wirklich bis zum letzten, bis zur letzten Minute halt spannend und nachvollziehbar, warum Cervantes dann so wird, wie er am Ende des Bandes dann auch ist. Fertig hat das Ganze der Christian Lachs oder Lachs, wie immer das im Französischen aussprochen wird, den kennen wir aus einer anderen Rezension, die ich mal schon mal besprochen hatte und zwar aus Adler ohne Krallen. Da hat er ja die Geschichte eines im Prinzip Bauern, der bei der Tour de France mitfahren will Anfang des letzten Jahrhunderts mal und das ist wieder so ein gewisser Parallel, der scheint sehr gerne so Geschichten zu haben, wo es um Behinderungen geht, weil in Adler ohne Krallen, wie der Name schon sagt, der verliert ja dann wegen Erfrierung Teile seiner Zehen, was das Radfahren natürlich wesentlich, wesentlich erschwert und auch hier muss der Hauptdarsteller dann ja mit seiner Behinderung leben. Ich habe schon nachgeguckt, bei Splitter ist es ja immer sehr schön geordnet, das würde ich mir eigentlich von allen Verlagen wünschen, dass die diese Rubrik weitere Veröffentlichungen drin haben. Klar, beim Superhelden Autor kann das schwer sein, aber es sind die wesentlichen Sachen abdeckt und da stelle ich leider fest, dass das die einzige deutsche Veröffentlichung war, außer der jetzt Adler ohne Krallen es gibt diverse Sachen, die in Frankreich noch erschienen sind und ich hoffe, dass dieser Band, der Anfang 2016 erschienen ist, drei 2016 stehen drin, dass da noch weitere folgen würden, weil dieser Stil ist leicht dreckig, also man spürt wirklich die Wüste und die Hitze und den Staub und den Dreck und die Käfer und was überall so rum kreucht, aber auch den Sift des Hotelzimmers und so, das kann der Zeichner schon sehr, sehr, sehr gut umsetzen, das ja, ja, auch gewiss nicht was für jeden, ne, weil es, ja, es ist kein Mainstream-Comic, aber wirklich schön, schön gemacht, ne, komplett abgeschlossen in einem Band, ne, ist so ein bisschen kleiner als normales Album-Format, als Hardcover und, ja, hätte durchaus auch, hätte man bei Reprodukt vermuten können, zum Beispiel auch, das wäre so ein typischer Verlag, wo man sowas sehen würde, ja, also der, der hat es echt, und schade, dass da der deutsche Markt offensichtlich, gut, vielleicht wird es jetzt nach dem Band sowas, wenn der ein bisschen draußen ist, ja, na gut, da kann man Splitter wieder mal loben, dass sie dann einfach mal ein bisschen experimentieren mit sowas, ja, ne, und, aber wie du schon sagst, in der Hoffnung besteht dann halt, dass dann auch mehr davon kommt, wenn ich mir auch ein anderes Mal sehr gerne mal ausleihen, aber lass mich erst mal die Sachen lesen, die ich noch da hab, leg's mal nicht ganz so weit weg, ja, ich werd's wieder finden, ich tu's oben in, genau, die Dead-Höhle, ja, haben wir denn sonst noch was, oder kämen wir dann jetzt schon zu dem Titel, den wir beide gelesen haben, ah ja, auch was, was du auch zu Hause hast, aber noch nicht gelesen, und zwar ist das Vater und Sohn von E.O. Plauen, ja, ich hab's tatsächlich erst am Wochenende bekommen, also geschenkt bekommen, ja, aus dem Anaconda-Verlag, geschenkt bekommen, okay, geschenkt, geschenkt bekommen, ja, also, ist auch schön, Freundin hat Geburtstag und ich bekomme was geschenkt, das ist super, ne, also, ich hatte, ich hatte tatsächlich, sie hat eine Bekannte, die aus Plauen kommt, und der hab ich mal gesagt, also, wenn du da mal was siehst, irgendwie, bring sie gerne mit, ich bezahl dir das gerne, aber sie hat's mir dann praktisch so als, als, äh, Mitgeschenk überreicht, ja, okay, genau diesen Band, ja, ja, in Blau. Ich, kanntest du die Geschichten schon vorher irgendwo her? Na, ich kannte jetzt, bisher nur die Panini-Veröffentlichung von den neuen Geschichten, Vater und Sohn. So bin ich jetzt auch durch die Panini-Veröffentlichung bin ich jetzt wieder auf die Alten aufmerksam geworden, weil das Vater und Sohn, also um zu sagen, das ist ein Zeitungstrip, der jetzt in den Jahren zwischen 1935 und 1937 erschienen ist, größtenteils in Berlin und der Umgebung in der Berliner Illustrierten größtenteils erschienen, aber auch in teilweise in anderen Zeitungen und ist immer ein Einseiter, wo ein Vater, also quasi glatzköpfig, Oberlippenbart, bisschen dicklich mit seinem kleinen Sohn irgendwelche Geschichten erlebt, irgendwas Lustiges, also typische Zeitungstrip, aber halt aus Deutschland, was gibt es ja nicht so viele aus der Zeit, an die wir uns da erinnern, da denkt man in erster Linie dann eher an amerikanische Publikationen meistens, und ich habe das das erste Mal erlebt, glaube ich, ich weiß gar nicht, in was für einer Zeitung das war, so zur Schulzeit gab es in dem Bus, in dem wir gefahren sind, das war ein spezieller Schulbus, wo halt nur Schüler mitgefahren sind und da lagen immer diverse Gratis-Zeitungen von was weiß ich, aus der Apotheke, glaube ich, gab es solche Sachen oder auch von anderen Anbietern gab es irgendwelche Gratis-Zeichnungen und das war, glaube ich, in dem von der Apotheke, ich weiß gar nicht, Medizini oder so ähnlich hieß es, ich weiß gar nicht mehr, und da war dieser Strip auf jeden Fall drin und das war immer so ein Highlight von der Zeitung, weil der Rest war gar nicht so interessant, nicht so comic-lastig, aber das war immer schön, weil es war auch sehr humorvoll und vor allem, du brauchst es nicht zu lesen, das kommt größtenteils ohne Worte aus, da gibt es, glaube ich, ein, zwei Mal, wo irgendwas gesagt wird oder wo du irgendwas lesen musst, irgendein Schild oder sonst irgendwas, aber ansonsten kommt es komplett ohne Worte aus und ja, die erleben lustige Abenteuer, man spielt, es ist so ein bisschen so, als würden Homer und Bart zusammen sein, aber halt nicht auf so einem abgefahrenen Niveau, sondern auf noch ein bisschen, ja, gesetzteren Humorlevel, aber es kommt durchaus mal vor, dass er so eine 30er-Jahre-Erziehungsmethode mit, ich verprügel gerade mal wen, auch mal mit reinnimmt, aber es spielt auch unheimlich mit, mit der Vater so als lustigen Figur, ja, also der Sohn macht sich gerne mal drüber lustig und das Schöne ist, wie auch in den alten Simpsons-Folgen, dass man sich immer wieder zusammenrauft und dass man füreinander einsteht, am Ende der Geschichte dann und das ist in den neuen Simpsons-Sachen, wo einfach oftmals einfach nur noch blöd irgendwas gemacht wird und bösartig teilweise sogar schon nicht mehr der Fall, aber hier ist noch sehr, sehr viel Liebe drin zwischen Vater und Sohn und ja, das gibt die Unternehmen Sachen zusammen, die gehen in die Stadt zusammen und beschäftigen sich mit irgendwelchen Haustieren oder treten bei Radiosendungen auf und also es ist wahnsinnig liebevoll gemacht und das Gute an dem Band ist, er war, glaube ich, mega billig, weil die Sachen mittlerweile wahrscheinlich auch frei verfügbar sind, einfach weil es aus den 30ern ist und dann die Rechte ja nach 70 Jahren, glaube ich, oder so ablaufen und aus dem Anaconda-Verlag kann sich jeder für schmales Geld auf 253 Seiten dann die Comics da ansehen und also das ist wirklich, ja, für jemanden, der das nicht von früher kennt, ein Geheimtipp. Dazu kommt auch noch, dass der E.O. Blauen das nicht umsonst nur bis 1937 verfolgt hat, weil irgendwann kam er mit der damaligen Herrschaft nicht mehr so gut zurecht, also da könnte man einen Sonderpodcast anderen für sich drüber machen und ja, bei der letzten Folge, bei dem letzten, da ist es nicht ungewöhnlich, wenn einem da mal eine Träne das Auge runterläuft, was mir relativ wenig passiert und da merkt man, dass die Kritik an dem System dann doch da vorhanden ist und ja, warum er dann halt auch nicht mehr da ist. Also das ist nicht nur ein sehr, sehr liebevoller Strip-Comic, also Zeitungsstrip, sondern auch ein Stück Teilgeschichte eigentlich mit, ja, also es sind auch sehr viele zeitgenössische Sachen da halt mit drin, also natürlich läuft da keiner großartig in der Nazi-Uniform durch die Gegend, aber ab und an ist die ein oder andere Anspielung auf Obrigkeit oder sowas, das ist da schon zu spüren halt, ne, und ja, am Schluss, am Anfang sind die Geschichten noch sehr bodenhaftig, also dass das so in der Stadt alles passiert, aber die letzten Geschichten, da verschlägt es die auf eine abgeschiedene Insel und sie müssen sich irgendwie bemerkbar machen und das ist, ja, so ein bisschen, ja, wie bei der letzten Staffel von Roseanne, aber im positiven Sinn, wo sie plötzlich im komplett anderen Umfeld sind und ganz abgefahren reagieren müssen und ähnliches, ja, also das ist, ja, und geht auch immer viel, viel um Gerechtigkeit und gegen, gegen solche Bulli-Typen, die, die andere aufziehen und, ja, kann ich nur jeden ans Herz, ich weiß gar nicht, was der Band gekostet, fünf, sechs Euro, glaube ich, und für so ein dickes Hardcover hier auch noch mit Stoff umwickelt und so, das ist echt Wahnsinn, also da ist zum Beispiel die, die neue Version von Panini Comics ist natürlich wesentlich teurer halt, weil es natürlich dieses rechte Ding dann nicht gibt, also, also er war ja Karikaturist, ja, als, als Erich Oßer bekannt und, ähm, später, also durch die Machtübernahme der, der, äh, war es dann halt so, dass er, äh, als Karikaturist und als, also seine politischen, äh, Karikaturen mehr oder weniger einstellen musste, die aufgeben musste und, ähm, naja, und dann, also, politische Zeichnungen wären dann einfach nicht mehr möglich und, ähm, naja, der hat sich dann bei der Berliner Illustrierten, äh, beworben und, ähm, die wollten halt einen Comic machen und, ähnlich der Mickey Maus und, äh, dort durfte er dann eben nur unter Pseudonym veröffentlichen und so ist das dann entstanden. Mhm. E.O. Blauen, weil er in Blauen geboren ist, ne, oder aus Blauen kommt, ne. Tja. Ja. Aber wirklich, wie du sagst, auch als Geschenk, denke ich mal, sehr gut geeignet halt, grad Ältere werden das, äh, wahrscheinlich öfters mal gesehen haben, diese, diese Sachen und, also ich find's richtig, richtig gut, ne, Anaconda sagt mir als Verlag überhaupt nichts, so. Mir auch nirgeln. Ja, wird sich wahrscheinlich nicht, äh, irgendwie auf Comics oder sowas spezialisiert haben, sondern einfach die Gelegenheit genutzt, ist ein Kölner Verlag, seh ich grad, okay. Ja, okay. Ja, es gibt wohl auch noch von einem anderen Verlag, ich weiß es aber auch nicht genau, wie er heißt, da noch diverse, verschiedene, äh, Editionen, so den ganzen Dingen. Ja, aber das ist wirklich komplett. Ja, also da ist alles, alles komplett mit drin und, äh, schön gemacht und, ja, nehmt das auf jeden Fall mit. Nur was ich da sagen wollte, es gibt dann auch wohl noch irgendwie kolorierte Varianten oder irgendwas davon. Ja, aber, äh, wie du schon sagst, um, um, um den gesamten Überblick zu bekommen, ist das optimal. Ja. Ja. So. Ja, mein Sternenlicht. Schöne Überleitung. Was Blöderes ist mir jetzt nicht eingefallen. Ja. Ja, Sternenlicht. Aber nachdem wir uns vorhin schon so, äh, ehepaarmäßig gezofft haben. Ja. Oder, naja, wie auch immer, dachte ich, ich sag jetzt mal einen Kosenamen zu dir, um zum nächsten Comic zu überleiten. Starlight von Mark Millar und, äh, von Goran Parlov gezeichnet. Ja. Ja. Und tatsächlich haben wir es beide gelesen, was relativ selten ist. Also, ich bin ein bisschen verwundert, übrigens, Steffen. Ja, wenn du mir Hausaufgaben gibst, dann versuche ich die auch zu erledigen. das, äh, achso, ne? Gut, 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 gut. Ich habe ja auch, äh, wie du eingelegt hast, den Band noch nicht bespricht, das letzte Mal. Ja. Wenn ich mir den da gerade gekauft hatte und gedacht habe, äh, das wäre doch dann mal wieder ein Titel, über den wir auch beide mal sprechen können, wenn ich mir den gelesen habe. Ja. Und tatsächlich habe ich das gemacht. Ist natürlich von der Thematik her, äh, etwas, was, äh, bei mir ganz gut funktioniert, da ich, äh, ein Fan von, äh, dem Flech Gordon Film war, oder bin, aus den, äh, 80ern, meine ich, ne? Wo, äh, die Gruppe Queen damals den schönen Soundtrack so gemacht. Ah, äh, genau. Und, ähm, ja, äh, Flech Gordon, natürlich, ist mir auch, äh, aus meiner Kindheit noch ein Begriff, weil, äh, da gab es dann die Defenders of the Earth, das war ein munterer Zusammenschluss, von Flech Gordon, dem Phantom, Mandrake, dem Zauberer, und so weiter und so fortlangweilig. Ich weiß. Captain Planet. Ich wollte nur mal kurz erklären, nein, Captain Planet war nicht dabei, ich wollte nur mal kurz erklären, wie es dazu kam. Wir werden ja heute wieder aufgelegt, ne? Diese ganze Gruppierung, äh, unter, unter Kings Quest oder so, ne? Weil es von Kings Comics abstammt oder irgendwie, ja. Und, ähm, genau. Aber, wir kommen jetzt zu, äh, diesem Helden, der da heißt, wie hieß er gleich? Kannst du noch mal sagen, den Namen von ihm? Duke McQueen. Duke McQueen, der natürlich schon rein optisch auf dem Cover so schöne Anleihe ist an Flech Gordon auch. Und, äh, ja. Im Grunde geht's darum, der hat halt irgendwann mal dieses Abenteuer erlebt, also wurde irgendwie mal auf eine fremde Welt transportiert und hat diese mehr oder weniger aus der Unterjochen befreit. Mhm. So. Dann kam er zurück auf die Erde und keiner glaubt ihm das. Also er erzählt die Geschichte und er ist auch dadurch mehr oder weniger bekannt geworden, aber natürlich halten ihn alle für einen Scharlatan irgendwie, äh, oder einen, äh, 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 Lügner und einem Betrüger, der sich eine Geschichte einfallen lässt, um irgendwie bekannt zu werden. Mhm. Aber, ähm, ja, die Einzige, die ihm das glaubt, ist seine Frau. und ja, die ist nun am Anfang der Geschichte sind die beiden sagen wir mal am Rentenalter und die Frau ist gestorben und auf einmal landet im Garten des Mannes, also Duke McQueen wieder ein Raumschiff, das gesteuert wird von Starkit, meine ich, ne? Oder wie heißt der? Wie er heißt, weiß ich nicht in ihrem Kopf? Ja, ich glaube irgendwie so und der hat natürlich die Geschichten gehört auf seinem Heimatplaneten über Duke McQueen und der Heimatplanet ist wieder unter fremdem Einfluss, unter bedrohlichen Einfluss und ja, da kam natürlich die Idee auf, wir holen einfach den alten Helden von damals zurück und vielleicht kann er uns ja nochmal retten. Es ist natürlich erschwerend hinzugekommen, dass der Mann, wie gerade schon erwähnt, schon ein stolzes Alter hat. Ja, und da darfst du jetzt mal weitermachen. Ja, das ist, der Junge heißt, ich habe gerade mal reingeblättert, Chris Moore und Chris Moore. Der Junge? Ja. Okay. Den, den du eben als Starkit bezeichnet hast und wie gesagt, er möchte die Hilfe des Protagonisten haben und das ist natürlich relativ schwierig ist, weil er jetzt natürlich wesentlich gealtert ist. Also er sieht aus wie, geht ein bisschen in Richtung des aktuellen Clint Eastwood, also die Assoziation hatte ich ziemlich schnell und ja, weil der Planet von einem Despoten unterjocht wurde und ja, sie reisen dann zurück und dann Du hast Ted nicht gesehen, ne? Ted? Mhm. Mit den Bären? Mhm. Schon, aber ich habe keine besondere Erinnerung daran. Naja, da wurde ja auf Flichtgurden eingegangen. Der Darsteller von Flichtgurden, also ist ja auch schon betagteren Alters und den Vergleich habe ich dann halt gezogen an der Stelle. Okay, habe ich schon verdrängt. Und ja, da geht es dann auf dem Planeten dann ordentlich zur Sache, aber auch immer wieder mit mit Rückblenden, weil der gute Duke McQueen hat diese wunderbaren Abenteuer auf dem fremden Planeten erlebt. Das hat ihm auf der Erde überhaupt kein Mensch geglaubt. Das sagte ich bereits. Ich hätte dir zuhören sollen. Nicht twitteren während der Folge. Ja. Speziell seine Kinder haben auch darunter gelitten, weil sie halt dachten, ihr Vater wäre ein Schwätzer, Wahnsinn, was auch immer. Und ja, da gibt es immer wieder Rückblenden, die das dann auch zeigen. Und es geht auf dem Planeten auch sehr kreativ zur Sache. Da gibt es zum Beispiel, er arbeitet dann mit einem Kerl zusammen, der umsichtlich ein bisschen zu viel Erdfernsehen gesehen hat und so ein bisschen Rockabilly Elvis-mäßig durch die Gegend läuft und auch das passende Auto dazu hat. Das ist ja auch direkt erst mal nach einer 72er Mustang hat er sich, Mustang hat er sich holen lassen und hört auch die die Mucke von damals oder also es wirklich. Das sich auch direkt erst mal nach einem Kappel irgendwie erkundigt hat. Warte mal, wie waren das Tom Cruise und eine Krone? Ja, genau, weil man kann Erdfernsehen empfangen und deswegen ist es ganz wichtig, dass man weiß. Kommt halt da verspätet an irgendwie, ne? Das war dann der Der weiß noch nicht, dass mit dem guten Tom und seiner holden, blonden Gefährtin leider aus ist. Und könnt ihr euch vorstellen, was dann auf diesem Planeten abgeht. Das ist auch eine sehr schöne Hommage an dieses Genre des Weltraumhelden. Da gibt es ja diverse Figuren, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Gerade jetzt aus dem britischen Raum gibt es, gibt es ja nicht nur Flash Gordon, dort gibt es diverse andere, die genau in dieselbe Bresche da reinschlagen und das sind natürlich auch die typischen Klischees des bösen Imperators, der das ganze System dann übernimmt und ja, dass das im Alter auch nicht alles einfacher ist, das merkt man dann auch. Also ich, für mich habe dann gesagt, so ein bisschen Gran Torini im Weltraum, um wieder mit Eastwood, den ich sehr ehre und ich habe natürlich spontan einen ganz anderen Vergleich gezogen, aber. Hat es was mit Goofy zu tun? Indirekt. Es war die Unglaublichen. Ja, ja, auch so, ja, stimmt, stimmt, in die Richtung, wenn man das Superhelden-Genre bedienen möchte, geht es natürlich auch. Dass man einfach, wo sind die goldenen Jahre hin, um es mal wieder zu zitieren, die guten Abenteuer, die man erlebt hat, aber auf eine sehr intelligente und schöne Art und Weise hier einfach umgesetzt. Ich bin, wie gesagt, ich kaufe mir ziemlich alles, was Miller macht. Das einfach sehr oft meinen Geschmack auch trifft. Da gibt es sehr, sehr wenig, was ich von ihm nicht anfasse oder aktuell noch nicht angefasst habe. Und ja, es hat halt auch den Vorteil, es ist in einem Band abgeschlossen. Preisrätsel, ihr dürft raten, was Priestum von Mark Miller noch nicht angefasst hat. Ja? So, warte. Ja, der Zuhörer an sich wird diesen subtilen Humor wirklich schützen, glaube ich. Ja, erzähl doch mal. Ja, ich sehe gerade hier das Foto mit Sinclair und und den Triceratops von meinem Nachwuchs hier, das ist sehr beliebt jetzt schon. Ja, ja. Ja, schön. Also, ich muss auch sagen, der Band ist kurzweilig, sehr gute Unterhaltung und ja, eine Empfehlung einerseits. Ja, gerade, gerade, wenn es so wie ich so ein bisschen endlos sehe, so ein bisschen light ist. Also, ich finde das auch sehr erfrischend, dass dann mal so was abgeschlossen ist zu lesen. Das macht schon Spaß. Ja. Ich habe jetzt, wo wir bei Endlosserien sind, ich habe jetzt Soll ja auch verfilmt werden jetzt, ne? Ich habe jetzt ein bisschen Also, Mark Miller ist ja immer so ein Garant dafür, dass irgendwas Wenn Miller draufsteht, dann kauft innerhalb von zwei Minuten der Erste die Filmrechte. Genau, also das Comic ist noch nicht mal draußen, dann sind die Filmrechte eigentlich schon weg. Ja. Ja, aber es ist ja schön, wenn so das Medium populär wird. Und da bin ich mal drauf gespannt, wie das umgesetzt wird, weil wir wissen es ja bei Mark Miller Verfilmungen, da kann es sich sehr nah am Original halten, sie kick ist. Oder es kann halt eine völlig andere Richtung gehen, sie gewandt. Deswegen, da bin ich mal gespannt. Das wie, je nachdem, wie der Regisseur das halt aufnimmt. Aber da wäre es fast geil, da würde jemand auch so ein bisschen diesen Stil von dem Flash Gordon Film noch so ein bisschen, dass das ja sehr dreschige Interpretation auch gewesen. Es sollte dann auch, also der Film, derjenige, der einen Film macht, der sollte das dann auch erkennen und das dann praktisch in nicht palpig umsetzen. Ja, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Aber ich bin gespannt, also ich sage jetzt mal vorsichtig, ich freue mich da auf den Film und ja, ob ich mich da wirklich drauf freuen kann, das sehen wir dann. Aber man sieht es ja schon auf dem Cover, oder die ganzen Raketen, die da abgebildet sind, das geht natürlich eindeutig in diese Richtung. Wobei, wenn man das Cover sieht, könnte man fast meinen, die Serie würde sich mehr ernst nehmen. Stimmt, ja. Also ich hatte, das Cover ist sehr gerade auf dem Alien-Planeten hatte ich das realistisch und sehr ja, ikonisch auch, so ein bisschen, das könnte ein Superman-Cover sein, wie ihr da drauf guckt. Ja, also das ist wirklich so halbmäßig gemacht, wie dann eigentlich der Inhalt ist. Innen drin, gerade auf dem Planeten hatte ich dann im guten Sinne eine Assoziation mit Kirkman's Invincible. Da sind die ja auch, das ist öfter durch die Alien-Herkunft von Invincible, auf anderen Planeten, wo dann auch teilweise sehr abgefahrene Aliens sind. und in die Richtung, in diese lustige Richtung ging es dann auf dem Planeten, obwohl es natürlich auch ernst ist. Ich meine, das Sterbenwesen auch, ja, aber trotzdem auch nur. Aber es geht trotzdem mit so einer Leichtigkeit. Leichtigkeit daran, ja, das stimmt. Die nimmt sich nicht sehr ernst und ja. Musste halt umgebracht werden. Na ja, dann machst du das jetzt und dann, na ja, also es ist halt schon, er hat den richtigen Ton einfach für die Idee getroffen, die er da hatte. Ja, sonst ist er ja eigentlich eher so bei dieser Bad Boys-Geschichte in letzter Zeit öfters mal, das mag er ja unheimlich gern, dass er die Bösen auch irgendwie darstellt. Ja, aber ich, man merkt ihm halt auch an, dass er Fan von diesem Genre ist, was ja auch im Bekleidungstext drinsteht. also, dass er eher, also kommt er eigentlich aus Schottland oder was, ne, glaube ich. Also, zumindest aus, aus, aus dem Vereinigten Königkeitscheid. Miller aus Schottland, Und, ja, auch irgendwie da drin stand, also jetzt so mit den, mit den Sachen von der Insel selber konnte er jetzt weniger anfangen, also so Dr. Who und sowas, sondern er hat dann eher schon zu den Amerikanischen Sachen gegriffen, und da steht natürlich vielleicht Gordon relativ weit vorne mit, und, ja, und das merkt man dann halt hier. Ja, das ist gut, wobei, auch Buck Rogers und alles, das geht ja alles in, gibt's ja auch bei DC, äh, gibt's ja, diverse Interpretationen, die da stark in die Richtung gehen, dass, dass man einfach, ich meine, allein Hawkman, ja, das ist auch auf einen fremden Planeten gekommen, und da mit den, oder hier Adam Strange, ne, Ja, das sind die typischen, selbst, selbst, ich sag mal, Star-Lord ist ja auch so ein bisschen, geht ja in die Richtung, ne, und, ja, ähm, das, das ist einfach ein Thema, was logischerweise immer wieder auftaucht, der, der Weltraumfahrer, der auf eine fremde Zivilisation trifft, und da dann, äh, ja, sich für das Gute einsetzt, und das, das ist ihm wirklich hier sehr gut, äh, gelungen, ne, und, äh, ja, ja, kann man Spaß mit haben. Ja. Josh, Brolin, Tommy Lee Jones, fällt mir da gerade eins als gute Kombination wieder ein. Das hat ganz gut funktioniert bei Man in Black 3, ja. 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 Ja gut, äh, ich glaube, damit sind wir soweit durch, oder hast du noch irgendeine Ergänzung zu machen? Das war's, aber es war ja, war ja schon eine Menge. Ja. Ja, haben wir wieder mal ein bisschen was an Comics, äh, unter die Leute gebracht, an Empfehlungen, denke ich. Und, äh, ja, wie gesagt, schreibt einfach mal in die Kommentare, ob ihr mal mehr zu Spielern, hören wollt, und in welche Richtung das Ganze gehen soll, ob das so allgemein, äh, sein soll, und, und so ein bisschen einstiegsfreundlich, wie das der Bridgestone machen will. Und, äh, ja. Es wäre natürlich kein Ersatz für das, was man im Comic-Bereich macht, es wäre halt zusätzliche Geschichte einfach. Weil, bei mir ist es einfach im letzten Jahr stark in die Richtung gegangen, und, ähm, ja, ein bisschen was ist hängen geblieben. Die Comic-Cookies bleiben die Comic-Cookies. Genau. Genau. So, und, äh, ansonsten, äh, Anmerkungen zu den Comics, die wir vorgestellt haben, jederzeit erwünscht. Haben wir sonst noch irgendwas aufzulösen? Feedback oder sonstiges? War jetzt eigentlich nicht so viel, ne? Nein. Diesmal, Gewinnspiel hat es letztes Mal gemacht. Ja, dann haben wir eigentlich alles. Jawohl. Dann hören wir uns, bitte. Wie sind denn jetzt eigentlich deine Planungen mit München? Achso. Comic-Festival. Geht das jetzt schon wieder los? Ja. Äh, ja, ich bin mir immer noch unsicher. Also, ich habe mir jetzt den Tag schon mal freigenommen, ne? Das ist ja, äh, klassisch nach frohen Leichnam. Mhm. Und, äh, ja, ich meine, ich hätte wieder Bock. Dass ich den Tag frei haben werde, das ist relativ gesetzt, weil das bei uns meistens ein Brückentag ist. Ja. Ähm, ist halt die Frage, ob, ob, ob ich, ob ich die, Fahrt auf mich nehme, dann dahin. Es ist ein bisschen davon abhängig. Es sind ja, es ist ja immer mit Kosten verbunden. Auf jeden Fall. War aber letztes Mal sehr moderat. Da sind wir mit der Bahn gefahren. Und, äh, ja, also unter dem Gesichtspunkt kann ich mir das schon vorstellen. Äh, schauen wir mal. Also, wie gesagt, David hatte ja mehr oder weniger angekündigt, in München nicht zu sein. Ich weiß nicht, ob das gesetzt ist, oder ob er sich dann nochmal umentscheidet. Äh, das kommt immer ein bisschen drauf an. Mhm. Ähm, jedenfalls, ähm, ich bin noch am überlegen, aber schauen wir mal. Mhm. Ich werde da spätestens Ende des Jahres, glaube ich mal, eine Entscheidung getroffen haben, damit ich dann rechtzeitig buchen kann diesmal. Ich wollte gerade sagen, je länger du wartest, desto teuer wird das Hotel. Genau. Ähm, ansonsten würde ich sagen, gut, Frankfurt ist ja gesetzt, die Comic-Con. Ja, so gesetzt ist die auch nicht, weil, wie ich schon sagte, das immer in unsere Urlaubszeit fällt. Ach so, okay. Und da muss ich dann erst mal gucken. Aber, ähm, wie gesagt, vielleicht ist es dann auch mal was, wo, äh, die bessere Hälfte mitgeht, wo die sagt, das interessiert mich dann auch mal, so ein paar Schauspieler gucken oder so. Ich wollte gerade sagen, mit Sehenanteil. Äh, äh, ja, das ist doch was für sie. Wenn wir sowas vor der Tür haben, sollte das eigentlich, wäre es eigentlich sträflich, das nicht mitzunehmen, aber, äh, schauen wir mal. Also ich, ich habe es eigentlich schon fest eingeplant, eben aus dem Grund, also ich würde jetzt nicht durch halb Deutschland fahren, weil, weil ich, ich aktuell glaube, dass dieses Con-Ding einfach zu wenig, mich dafür, dass ich mich zu wenig, für Autogramme und, äh, bezahlen für irgendwelche Fotos und sowas interessiere ich mich zu wenig. Aber wenn, wenn es mal vor der Tür ist, werde ich auf jeden Fall, einfach mal, um es wirklich neutral bewerten zu können, auch einfach mal hingehen. Genau. Und, äh, dafür ist es halt wirklich, äh, in, in nächster Nähe halt, ne. Also das. Dass man auch mal dieses, dieses, dieses Feeling hat irgendwie. Was für eine Art Messe ist das denn überhaupt? So ein bisschen, wir hatten ja jetzt, ähm, ein paar Bilder von, äh, einem, einer Informantin aus Leipzig, vom Comic-Garten, die da war. Und da, da hatte ich schon fast wieder, also da, da wäre ich schon fast motiviert, mal nach Leipzig. Das, äh, das überlege ich tatsächlich fast jedes Mal, weil das ist irgendwie so, das sieht, sieht nett aus. Mhm. Ja, das ist also, so eine kleine, ich sag mal, runde und natürlich, familiär. Familiär, man muss mit dem Wetter Glück haben, natürlich so ein bisschen, so ein Stück weit, ja. Ja. Aber, äh, äh, es sieht echt sehr interessant aus und, äh, Lass uns das mal planen, Steffen. Lass uns das mal planen, sagt er. Ja, das ist ja auch immer, schwierig. Naja, gut, äh, Kennst du doch noch von früher, Leipzig war doch mal die Weltmetropole, na klar. Ja, natürlich kenne ich das noch, aber war ja auch, ist ja Ewigkeiten schon her, ich war ja auch schon mal auf der Leipziger Buchmesse. Ah, okay. Aber, ähm, das ist dann, glaube ich mal, was ganz anderes und ich glaube, da wird es mich jetzt eher hinziehen, als irgendwie zu einer der großen Messen. Ja. Tatsächlich. Kon bräuchte ich jetzt wirklich, bis auf Frankfurt, wo ich, wo das drumherum okay ist, äh, bräuchte ich jetzt nicht unbedingt, weil mir es einfach zu stressig wäre, aber das stelle ich mir eigentlich eher als Gegenteil von Stress vor, weil es sehr übersichtlich, wer da ist. Ich möchte noch einen Tipp geben, wenn wir das gerade bei den Buchmessen und sowas sind, äh, sind wir jetzt gerade hingeschippert, dass jetzt die Oktober-Episode ist, passt das ganz gut. Und zwar ist, ähm, um die Buchmesse herum, weil ja der Comic-Anteil auf der Buchmesse selbst sehr klein geworden ist, gibt es den Comic-Satellit, ne, namentlich passend dazu, dass sich das Ganze drumherum bewegt. Mhm. Und, äh, das wird, äh, von Mitgliedern der Comic-Solidarity, äh, organisiert, und, äh, findet es ja das zweite Mal statt, und, äh, man sollte mal auf der Seite Comic-Solidarity, die werde ich dann hier an der Stelle verlinken, äh, gibt es eine Facebook-Seite, es gibt aber auch eine Webseite, und so weiter und so fort, sollte man sich mal schlau machen, was da ja so die Programmpunkte sind, das könnte, äh, interessant sein, für Comic-Fans. Okay. Also da gibt es dann so, äh, Lesungen und, äh, Signier-Aktionen und so weiter und so fort, und, äh, mein Stammladen T3 ist dann dieses Jahr auch erstmals als, äh, Austragungsort mit dabei, und, äh, ja, Also könnte es sich wieder lohnen, zur Buchmesse dann auch nach Frankfurt zu kommen. Das hat sich ja für den Comic-Fan, äh, jetzt einige Zeit lang nicht wirklich gelohnt halt. Das wurde immer schlechter. Ihr müsst nicht direkt auf die Buchmesse selbst, sondern, äh, das spielt sich in Locations drumherum ab. Ja. Also in ganz Frankfurt verteilt mehr oder weniger, und, äh, schaut einfach mal, ob da was dabei ist, was euch interessieren kann. Ja. Und, ähm, ja, das ist meine Empfehlung für die, äh, etwas, äh, die sich, die sich so ein bisschen um den Comic-Bereich, äh, betrogen fühlen auf der Buchmesse. Und, äh, ich meine, es gibt ja noch den ein oder anderen, äh, Verlag, der da ist, aber es ist, es ist halt immer weniger und, äh, uninteressanter geworden dadurch, dass dann auch immer mehr Signiersachen wegfallen und so weiter und so fort. Und, äh, von daher gibt es Programmpunkte, um die ganze Messe herum und, äh, auch im T3 selbst gibt es dann nochmal Signiertermine wiederum in dieser Woche, äh, die mehr oder weniger eben mit dem Comic-Satelliten oder auch mit der Buchmesse selbst zusammenhängen. David wird wieder signieren und, äh, Also wir reden aber noch von diesem Jahr, ne? Ja, wir reden jetzt vom, vom, vom Oktober diesen Jahres. Okay. Genau. Ende Oktober ist es soweit und, äh, genau. Bin ich gespannt. Ja. Und das wäre endlich mal wieder ein Grund, da hinzufallen, weil, wie gesagt, in den letzten Jahren was wirklich, bin ich dann auch aus dem Urlaub zurück. Also da kann man dann vielleicht mal, vielleicht sogar, äh, eine Episode dann da machen für November irgendwie in diesem Rahmen. Schauen wir mal. Ja. Hört sich gut an. Wir wollen jetzt nicht zu viel, äh, versprechen, aber wir werden es mal versuchen. Mal gucken, ob wir da irgendwas hinbekommen. Jo. Ansonsten wird es, wie gehabt, eine reguläre Folge. Und, ja. Gut. Dann wollen wir uns gar nicht so sehr verplabbern an der Stelle. Wünschen euch einen schönen Herbst und hören uns, äh, ja, dann voraussichtlich im November wieder. Hurrido. Macht's gut. Wünschen euch einen schönen Herbst in der Comic-Community. Schickt uns Kommentare im Blog, bei Facebook, bei Twitter oder als Audio über Audioboo. Wir freuen uns außerdem über jede Bewertung bei iTunes oder Podcast.de. Alle Infos dazu und zu unserem Podcast findet ihr online unter podcast.comic-community.de. Vielen Dank. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh, oh. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020